So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Spiel. Grüß Gott, die Baum und die Herren vertauschen. Ich muss jetzt mal mein Handy anmachen. Ich hab den Chat ja gar nicht an der Seite, stimmt ja dabei aus. Ja, boin. Ey, folg mir, folg mir einfach. So. So, erstmal wieder Chat anmachen und Alice. Hast du denn einen wirklich rausgeworfen? Lukas, herzlich willkommen zum Spiel. Wunderschönen guten Tag. Äh, ich join mal kurz in eine andere Sitzung jetzt hier. Das geht ja sonst gar nicht. Ähm. Sitzung beitreten. Details hier geht ja unten, Sitzung wird abgefragt. Ja, komm schon rein. Ja, bist du sicher, dass er beitreten wird? Nein, bin ich nicht. Glaub ich, gönn mir erstmal noch einen Kaffee, alter. Nee, kannst du nicht. Ey, der Tief, alter. In den PS3-Zeiten. Boah. Alter. Alter. Nein, der Tief. Voller Schaden. Oder den Entity XEV, den Du-Felter, der war auch mega geil. Nee, 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 erstmal Kaffee-Tee. So, du hast diese zwei Autos genommen, die da in der Mission mal waren. Hm, alter. Boah. Ey, du geht's dir. Kannst du mal das eigene rauswerfen, wenn der noch so lebt? Wer, wer denn? Der Nico. Ja, einen Moment, mach ich gleich. Ich bin dabei. Dann fliegt der normalerweise schon raus, dann musst du den nicht machen. Ah, Lukas. Lukas. Ich glaub das nicht gestimmt. Ja, mich auch. Lukas? Hallo? Controller? Gute Liebste. Oh, ich komm wieder rein, Alter. Ah, 72.400 erstmal für dein Auto. Danke. Alles klar. Krüger, du bist so knapp ungefahren, ne? Quasi-Zonger. 1, 4, 3. Hi, bro, herzlich willkommen zu ihr. Danke, ne? Du bist cool, danke schön. Leon Quasi, herzlich willkommen zu ihr. Boah, ich bin kurz für den 2.000.000 auf 300.000, Alter. Da war ich die 2.000.000, Alter. Jetzt war die 5.000.000, ey. Sind die warum da nicht? Die auf jeden Fall nicht da, wo du bist. Du bist ja am Flughafen. Ey, da will ich mal bitte fahren. Ey, da will ich mal bitte fahren. Bitte, bitte. Mach aber nix kaputt. Okay. Ey, ich kann ganz eins sagen. Was machen wir denn jetzt? Wollt ihr jetzt hier die Fahrzeuge verkaufen, oder was ist los? Äh, ich muss, äh, ich muss noch zwei holen, dann haben alles. Ja, dann kann ich auch noch einen holen. Ich bin noch fahren. Ja, warte. Fuckin noch mal richtig. Den kann ich ja noch mal losfahren und einen holen. Ey, du bist so. Ich muss dir dann helfen, ich dir gestern. Ja. Na, alles fit? Ja, Leon Quasi, und bei dir? Komm mal zu meinem Elbebüro, ne? Ja. Ey, Lukas, wollen wir nachher nochmal irgendwie, was sehe ich, anderthalb Stunden mit Dings? Ja, ich fahr da hin. Aber ich gehe mal aus dem Ziel nochmal. Ja, Mod 1. Ja, Mod 1. Was? Mitarbeiter einstellen. Spieler, Freunde, Kuh mit Leder, Kuh, Freunde. Ab zu hohen. Das ist in der Nähe. Einmal angedrückt. Ich hatte hier bekommen. Ja, ja. Na ja, Leon Quasi, oh, oh, was ist denn da los? Da ist noch einer in die Lobby gejoint. 435 Juni. Ja, ich... Ähm, werf die mal raus jetzt hier. Spieler... Keine Ahnung. Sam schon mehr als die Hälfte eigentlich. Rauswerfen. Der muss jetzt raus sein. Na, sonst wenn nicht raus liegt, Hacker am Schlag. Kein Name, moin, herzlich willkommen stream, Gaming-Kanal ist toll, hallo du Nude, wie geht das dir? Gaming-Kanal, mir geht's wunderbar. Wie geht's hier denn? Kein Name, du... Ey. Alles klar, läuft bei dir. Hat ne Frage, hört man eigentlich eigentlich im Stream, oder? Weiß ich doch nicht, ich hab im Stream zwar an, aber ich achte auf den Chat. Äh, ja, ich hab, ich hab eingestimmt, also... Ja, Partyeinstellungen, äh, zu dass eine Stimme geteilt wird auf mich zulassen. Nein, ich möchte ja auch, dass man euch ja im Stream hört, ne? Äh? Soll man dich bitte im Stream hören wollen? Haha. Sorry, aber, äh, Modi will nur durch das bestimmt quasi jetzt. Ach, Lukas, das hab ich schon wieder gelaufen. Und du sollst jetzt Weckler machen? Ja. Wirklich, Modi? Kann ihr denn, Lukas, überhaupt? Ja, nur wenn ihr Ding streamt. Das wollen wir nicht. Ach, ich wollte schon sagen, ich hab dich gestürmt, aber hab ich hier, äh... Ach, Toll. Benke! Hi! Erai! Hier dürfen wir noch das einsteigen. So, nein! Wir fahren jetzt mal schnell geflext zum CU-Büro. Wir werden noch ein paar Fahrzeuge anschaffen, weil irgendwann kommt ja wieder ein neues DEC, dann braucht man ja Geld. Geld, 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 Geld. Und, Benke, wie geht's dir so? Muss... Schau, muss zur Feuerwehr gerade Einsatz bekommen. Ja, keine Ahnung, dann wünsche ich dir viel Spaß. Da kommt was anderes. Viel Spaß. Ah, alles klar, Lukas. Ja, und Quasi hat viel Spaß gesch... Ah! Wieso werde ich schon wieder müde hier? Was ist los, Mann? Wieso habt ihr schon wieder Bullen? Weil die immer Bullen haben, ey. Ah! Ah! Mein Q-Fahrzeug, Alala. Das ist die Q. Okay. Hast du schön eingeparkt, Mori. Ja, und du versuchst es. Und jetzt komm ich ja nicht mehr raus. Ähm, könntest du mir kurz helfen mit dem Fahrzeug oder mich schrauben? Ja, ich schlag schon wieder um. Was macht ihr hier jetzt? Ähm, Lea und wir ein bisschen Cash verdienen. Wieso werde ich getroffen, Alter? Geh weg von meinem Auto, Alter! Ja! Ja! Der hat mir mein Schild weggeschossen, Alter! Meine Panzerhau. Ja, der Tool. Aber man kann nicht so oft rauswerfen. Ja. Ja, ich mein, nur jede Minute. Ich hab jetzt gerade gedrückt, da einen rauszuwerfen oder so. Bei mir ist deaktiviert. Ja, bei mir auch. Ein bisschen Cash verdienen, Leon quasi. Was sonst? Dann kauf dir was. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Kriegst du auch kein Geld. Dann musst du arbeiten, so wie jeder Mensch. Mal gucken, ob Jana mal wieder reinschauen oder halt schon wieder so. Also ich hab's in ein Ding rein gepostet in die Gruppe. Viel zu tun hat sie im Moment, glaub ich. Oder so. Ja, Leute, kriegen wir hoffentlich ne Oberklasse. Das wär ja immer mega chillig, Alter. Pink oder was auch immer das sein soll. Lila. Keine Ahnung. Die Q-Farbe ist das, was vor dir gehen. Bitte ne Oberklasse. Lila. Metallic Lila. Na, krieg ich ne Oberklasse? Ich mal los. Starling GT. Das ist ne Oberklasse, so weit ich weiß. Der ist am Beach. Bei der Achterbahn ist er irgendwo. Ne, ich will mal wissen, ob's ne Oberklasse sein oder nicht. Weil, glaub, ja. Vielleicht sollte ich das auch. Dürfte sogar noch. Das mal sagen. Nicht, dass die Modi verlieren. Alles gut, Leon quasi. Ich hab ihre Telefonnummer. Sie ist ja bei mir in der WhatsApp-Location. Aber sie haben eine Bildung von den letzten Seiten. Es ist auf der Weg zu dir. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, das ist ne Oberklasse. Ja. Perfekt. Äh, der ist ja echt nicht weit gewesen, Alter. Ja, moin. Ne, der war am Beach. Ich wusste halt einfach sofort, ähm, da hat ein Bild her, äh, wo er stehen könnte. Ja. Oh, der Sound ist geil. Ja, die Kiste hatte ich ja auch auf der PS3 gehabt und ich liebe den, die würde ich mir auch wiederholen. Weil die einfach vom Klang allein, geh mal Vollgas, fahr mal ein bisschen schneller und lass dich mal rollen. und dann hör mal, wie viele Fehlzündungen diese Kiste hat. Ja. Jetzt lass dich mal rollen und hör dir diesen Klang an. Oh. Das ist, ich finde, das ist der Beste. Wieso hab ich jetzt Bullen? Weiß ich auch nicht. Das ist der beste Klang, den ich in GTA vom Auto her kenne, ey. Bei mir ist es Dominator. Ohne Turbo. Hm. Ich weiß, hab ich überhaupt Cops einen, nur weil wir bei den Cops da vorbeigefahren sind, oder was? Erstmal Cops wegrufen, weil die gehen immer noch in Sacken. Aber ich... Ich hab keine Cops mehr. Deswegen schreib's hier. Ich lästere ein bisschen. Kein Plan, Leon. Ich weiß nicht, was mit mir hier noch mal los ist. Also ich hab sie auch lange nicht mehr angeschrieben. Sie kam aber einmal wieder hier rein und... Hat sie gefreut, aber irgendwie... Ich weiß nicht, Moment. Ich weiß nicht, was die veranstaltet. Also... Ja Leute, ihr könnt mir ja auch gleich helfen. Dann hol ich vier Oberklassen und dann könnt ihr mir helfen. Sie hat ihr Handy verloren. Ach, sie hat ihr Handy verloren, das ist nicht hier. Was ist geschrien was? Nein! Und nein! 1.500 Euro Schaden, Morty. Oh, Tia hast du ihn ja abgegeben. Ja. Ja, 1.500 Euro Schaden. Ach, halb so schnell. Halb so schnell. Sie durften gerade... Holst du mich ab? Muss ja mal umdrehen. Alter Morty, das gibt's ja nicht. Du bist ja noch im Ladebildschirm, ich komm noch. Nee, ich bin schon längst da. Ja, aber ich bin auch nicht. Immer diese CO-Leute, die anrufen. Meine Assistentin, ey. Wie schlimm, ey. Du hast einen Stalker, Morty. Die verfällt einer hinterher. Lukas, ich lade dich mal in unsere Crew ein, gell. Ja, in uns so ein Morty-T-A-Crew. Ja, in uns so ein Morty-T-A-Crew. Ja, in uns so ein Morty-T-A-Crew. Dann wirst du halt abgeschossen, Alter. Ich hab ja auch ne G-T-A-Crew. Mal guck's. Ähhhhh... Ist das geil. Welcher Lukas ist grad in der Sitzung? Lukas... 12... 12... Ja, 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 hab schon. Wenkel, du Pimmel. Neiii... Wie kann man nochmal einladen, Morty? Äh, indem du auch bei Spieler raufgehst. Und steht da im Quallen. Da bin ich ja, aber ich konnte ihn nicht einladen. Ne? Das musst du machen. Steht, oder? Spieler... Lukas... ... und Quallen da. Hab ich. Ist... Ist für mich auch voll belassendes... Nicht schreien. Äh, wieso belassend, Leon Quasi? Hast du dich verliebt, oder was? Herrlich. Deswegen guckt sie auch den Stream nicht, Leon Quasi. Weil sie kein Handy mehr hat. Weil sie ja immer über Handy geguckt hat. Ist ja kein Wunder, denn. Ja, moin. Ich schau dann auch über Handy. Deswegen kann sie nicht gucken. Darf ich fallen? Ist doch eigentlich für Freunde an, oder nicht? Nein. Muss ich machen. Justin! Hammermüller! Auf was zockst du? Auf PS4! Und wenn du PS4 hast, kannst du mich gerne adden. Mod geht ja an 19. PS Ender, ne? Hm, das ist... Ich muss mich gut machen. Um herzlich willkommen zu streamen erstmal. Justin. Gehen wir mal folgendes. Scammon. Last Team Standing. Mori, stellst du mal rum. Ja, warte. Äh... Fahrzeug. Warte. Ähm... Kuh. Nur auf Kuh gestellt. Ha! Lukas ist abgekratzt. Ha! Ja, ich weiß, dass sie nicht gucken kann. Sie hat immer über Handy geguckt. Ja. Ich wusste das ja nicht, deswegen. Ich hab mich nämlich schon gewundert, wieso sie nicht mal reinschaut. Aber jetzt weiß ich ja warum. Weil ihr Handy kaputt ist. Aber habt ihr... Ähm... Bescheid gesagt. Hast du schon... Schuss dich gereiken auf dem Motto? Äh, glaub nicht. Weiß nicht. Aber habt ihr... Hab nur Bescheid gesagt. Ähm... Alles gut. Wir werden sie ja wieder... Äh, wenn sie ein neues Handy hat, hat sie doch bestimmt die gleiche Nummer, oder nicht? Bitte Oberklasse. Ah, aber sowas von Oberklasse. Oh yeah. Schon wieder in der Oberklasse? X80. Boah, die hat immer das Glück in die Oberklasse zu bringen. X80. X80. Haben wir. Ich will auch vier Oberklasse haben, dann verkaufen wir vier Stück. Wir helfen uns. Wir helfen uns heute gegenseitig. Heute mach ich auch mal einen 2 Stunden Stream. Also, heute geht der ein bisschen länger. Wir haben um 12 Uhr kurz nach 12 angefangen. Dann wird er bis kurz 2 gehen oder kurz nach 2. Perfekt. Kann aber voll lange dauern. Ja, alles gut länger. Quasi. Aber, wir sehen sie irgendwann mal wieder. Ich zocke gerade mit meiner Stiefschwester auf PS3. Nein. Ja, Justin. Du kannst mich trotzdem adden. Ich zocke zwischendurch auch auf PS3. Gestern war ich nämlich auch wieder online auf PS3. Und... Du kannst mich sonst gerne adden. Ich will keine Aufkürzung nehmen. Nur 8 Kilometer, Alter. Jamal. Ich hoffe, die ist schnell genug, die Kiste jetzt auf hier. Bezweifle ich. Hm. Geht hier auf 15. Beschleunigung ist scheiße. Ich glaube, ich hole mal 9F. Wenn du auf der Autobahn gleich bist, dann geht das doch eigentlich, oder nicht? Ich versuch nicht. Na ja, soll jetzt nicht. Wie fährst du, Alter? Mach mir keine Sorgen, wenn die Zeit umschlagbar ist. Das sagst du jedes Mal, die Zeit ist nicht umschlagbar. Fuck it. Was machst du denn? Scheiße mach ich Komm, in einer Minute jetzt oder in 50 Sekunden Das bayerische Mistwagen 3 Kilometer Das wäre jetzt scheiße eng, aber bitte lass uns das schaffen, Alter Bezweifel ich 3 Minuten Das wird eng, Leute Es wird so eng 11.000 hab ich gekriegt, Mut Ja, siehst du? Ja Also ich kann nicht, ich bin grad anfahren Mit dem Beherd geht ja leer, oder? Mach ich Spieler Rauswerfen Wie heißt du auf PS3 Nein, Justin Hammermüller Das ist auch mein PS3-Account, auf den ich gerade zeig aussehe Den habe ich übrigens Reingehlt sich auf der Bisschen weiter über oben Chat, dann du hochscrollst Dann dürftest du den sehen BDSN Doppelpunkt Schaut den NPC an, Alter Geil Ey, bei mir lecks T, hörst du mich ordentlich ja, ne? Ja, geht so Das leckt gerade, du standst einfach mitten auf der Straße und hast dich nicht bewegt Aber jetzt freut, dass ich da die wenke Aber jetzt freut, dass ich da die wenke Aber jetzt freut, dass ich da die wenke Scheiße, Alter Scheiße, Alter Also Mod geht auch 19 Aber wieso hat das denn so geleckt gerade? Jetzt geht das wieder flüssig Keine Ahnung, weil Mir ist ein LKW an der Seite reingefahren Dadurch haben wir 20 Sekunden oder so verloren Ja, ne, ich glaube noch mal Es leckt immer Immer ein paar Sekunden Manchmal, wenn man streamt, geht aber schnell wieder weg Ja, Leon quasi, ich habe sowieso Im Moment meinen WLAN-Router ist im Moment Für'n Arsch, also kaputt Aber... Mal wieder Also, ich habe perfektes Bild 720p, wie es auf YouTube sein soll Und... Ja Gucken Ja, die das schaffen wir nicht Ja, ne Der hätte die Umfälle nicht machen sollen, ey Ja, toll Och, Mann Was kann ich dafür, Alter Scheiß langsames Auto, Alter Ich würde jetzt mal 911 Man hätte es mit denen geschafft Ich weiß, aber mir ist ein LKW noch reingefahren an der Seite Steige aus, dann fahre ich schon mal weiter zum nächsten Weil ich will Fahrzeuge holen Ja Boah, ist doch ne Bär Ne Venox ist doch okay Dinox Dinox hier Den kick ich nicht los, oder? 617 nochmal Ja, dann mach irgendwelche Missionen, Alter Ja, dann mach irgendwelche Missionen, Alter Ja Ja Lukas ist da, ist dieser Ähm Er ist nicht mehr drin Kannst du auch machen? Das ist deine Entscheidung Was für ein Trottel, Alter Ja, Moin Ihr habt alle bei mir verlassen, ich bin in der öffentlichen Sitzung alleine Ja, okay, gehen wir zu Moni Ja Richtig behindert, Alter Jana kommt bestimmt erst wieder Weihnachten zurück Außer sie bekommt irgendetwas, womit sie mal ankommen kann Das bestimmt Leon quasi, das werden wir sehen Dark Gamer Live, Moin, herzlich willkommen stream Ne Ne, ist es nicht Bei mir ist es nämlich auch noch diese Totenkopf, Mann Die Mission, die du gerade machst A3 Engel Ne Freundschaftsfragesengel Nehmen wir mal ganz schnell an Jetzt können wir wieder weiterfahren Ahaha, Airai Alles klar Hast du schon Apo da gelassen? Airai hier? Ich bin deine Pa... Ja, ne, hätte ich die große Airai Ich liebe diesen Bank bei GTA, wo alle rausfliegen Ich benutze aber immer den LeCXD, okay E-O-Quazy, ja, ich bin so rausgeflogen Kann auch sein, dass ihr mein Internet gelegen habt Sowieso jetzt alle raus sind, aber die... Ne, ne, es fliegt nicht am Internet Es fliegt an GTA an sich selbst An Rockstar Echt? Wenn Probleme haben, dann fliegen auch und zumal Leute raus Dann sind die halt die Hosts der neuen Lobby dann immer Justin... Justin... Hammer... Müller... Okay, hab gemacht Ja, ich hab angenommen, also ich hab über die PS4 bestätigt Ach ne, der PS3 Dann ist er automatisch auch bei der PS3 mit drinne Ne... Ach äh... Gilmodi und ich haben 2 vs. 2 gewonnen Richtig schön, bevor das schon begonnen hat Bei Fortnite, Mann Äh, Fortnite 2 vs. 2 Richtig abpassiert Ich hatte 3 Kills, sie hatte bestimmt auch 3 oder 4 Kills Ja... Was war ne richtig geile Runde, Alter? Wer natürlich ist, kauf dir ne bessere Leitung, man versteht die schon wieder kaum Gell, äh... Wen du schieß? Ich hatte wieder einen Haufen Munition, gell 680 Schuss für meine Skar Äh... 310 Schuss für die Schwoti 170 für den Sniper Ah Leute, was soll das für ein Überschlag hier, Alter, ja moin Was? Maudi, ich dachte, du willst ein Auto holen Ja, ich fahr doch zum CO-Gebäude erst mal Thürmer Ach so, da bin ich ja sogar noch früher da halt sicher, obwohl ich erst in die Lobby geschont bin Ja, du bist ja schon woanders geschont Leon, crazy, ne Freundschaftsanfrage Oh Bitteschön, Leon Ich hab angenommen Manns Ich will doch nur mein CO rein, Mann Lass mich rein Lass mich einfach rein Kriegsgebiet beginnt in Kürze Hm Wo ist das Totenkopf? Da ist er Ja, bei uns ist er auch Leon, crazy, 77, hast du auch mal eine von mir bekommen? Ja, hab ich direkt angenommen, also Sind jetzt Freunde Lukas hat das Kriegsgebiet gewonnen Wohl ich meine, doch, du müssen oder wie L2 Ich muss hier bestimmte Sachen unterladen, ist ja normal So Dark Gamer, ich komme in deine Sitzung, heiße auf PS4 Ja, Dark Gamer, da musst du glaube ich mir erstmal eine FA schicken, glaube ich Glaube ich, glaube ich, glaube ich T, jetzt habe ich dich nicht eingeladen, mein CO Egal, jetzt hol ich den T20 auch mal schnell Selber Und schon wieder ein T20, schon wieder eine Oberklaster, eh die dritte Oberklaster heute hintereinander Drei Stück Mal gucken wie viele wir noch hintereinander bekommen Wo musst du hin? Weiß ich selber noch nicht, zeig dir noch nicht an 2,66, also Ja, ok Simsline, hast du mal eine Freundschaftanfrage? Ja, das stimmt zu Mordi Ja Ja Minislaan, moin, Hetzel, komm nochmal Ne Schön, dass du in der Sitzung bist Aber ich kann dir jetzt gerade nicht antworten, weil ich gerade eine Mission mache, hier Also, ich komme in der Sitzung, wir sind immer noch hier Ich habe mich dann angeschrieben Ah, nein nein, nein nein, nein nein weiterhin viel Was? Just die Endrowave? Ja, das ist klar, du bellig Just die Endrowave? Just die Endrowave? Just die Endrowave Just the Endrowave? Doch Au Ich dreh dich klein Mott Gideon Du kommst mit deiner Schnauze unter meinen Wagen, ja Das ist das Problem Ja, wie geil ich mich noch gehalten hab Jawoll Hi Ich ran dich Danke Hä Später Ich bin grad hier mit dem Er ist völlig beschäftigt Hm Hallo Wormeln Was geht? Geh dir aussuchen Schaffst du nicht Oh Motti Das hätte ich überschlagen Allein wie ich einfach auf zwei Reifen geradeaus weitergerutscht bin, alter Hi Motti Na Alter bist du fürs Gelände besser geeignet als ich Der ist ja auch Geländefahrzeug Ach ne Der ist eindeutig nicht für schnelle Rennen gemacht, der kipps auch schnell um die Kiste Mit welchem wohl? Dein Kuhfahrzeug Was veranstaltet ich denn hier gerade? Motti Was hast du? Was hast denn du für'n Auto und T20? Ja Aber erstmal stehe ich auf der Seite Leon Leon Ja Wie geil ich mich eigentlich gehalten habe bei den einen Ach Schön gegen Gelände auf zwei Reifen Ja Auf zwei Reifen weitergedreht Komm fahr jetzt Ich hab nicht so'n Anzug wie du man Ich fahr'n Kleinen Äh Etwas größeren Geländewahn Ohm Beweg dich Arme Schnecke Wie fahr' ich denn jetzt gerade hier alter? Ja moin Ihm besoffener alter Echt Wenut Fies Ja Ja mit Wenut Fies Unterstrich Ah die haben wir hier sind So viele Cops man Was wollen die jetzt alle hier für'n Zeug So tschüss Michael Echt 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 Hm Echt Au Ich hab'.... Sel Ich hab schon 4000, etwas über 4000 Schaden. Ich hol dich raus. Ich hab etwas über 4000 Schaden. Ich hol dich, Mutti. Ich hol dich. Du brauchst du doch so gleich einen Unfall. Du holst nur ein T20. Ja, ein T20 ist doch ein Krübbel-Fahrzeug, Alter. Komm her, komm zu Papa. Du brauchst du doch so gleich einen Unfall. Nee. Oh, oh shit. Oh, da hat er selbst einen Unfall gebaut. Oh, 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 oh. Scheiße, Alter, was mach ich denn jetzt hier? Geil, wie viel Schaden hast du? Ey, Ronaldo, ich fahr übel zu scheiße gerade, Alter. Er fährt besoffen. Ah, das liegt doch am T20. Ich mag den T20 nicht, ne? Das ist ne scheiß Kerl. Mach mich hinfahren, dann bring ich ihn zu weit zu deinem Ding. Ich mach kein Damage mehr rein. Ich hab leider keins. So kann man sich aber unter Freunden gut Fahrzeuge helfen. Ja, wenn jemand einen T20, also dauernd ne Oberklasse kriegt und der eine halt ne Mittelsklasse oder so, Ja? Dann kann der eine T20 in der Oberklasse holen, dann schaut ihn dann an seinen eigenen reinsteigen. Wenn er es selbst auch ein bisschen verwendet hat. Nein, das macht er nicht bei dir, wenn du schlägst. Nein. Nein. Alter, legt das Server gerade bei mir. Das geht eigentlich. Ich hab aber Angst, dass mein Internet-App kackt. Weil ich euch ab und zu mal lag gehör auf dich. Voll behindert. Aber solange ihr mich noch normal hört, ist alles gut. Ich fahr genau in den gleichen Reine. Echt? Bist du in den gleichen Reine gefahren? Ehrlich? Deine Unterhose leckt, ja. Also, Tee hört mich bestimmt ganz normal, oder nicht Tee? Ich höre ihn normal. Ja, denn weh nur twist, das liegt dann an dir. Weil dich höre ich nämlich völlig leckhaft. Weil du ja immer Schlechtes in den. Ja, du hast immer Schlechtes in den. Du hast immer die Bambusleitung in den Socken. Geil, wie du fährst, er hat ein bisschen was getrunken. Ja, Leon Quasi, aber sowas schon. Voll besoffen, Alter. Mordi, lass mich an. Gronadio, nur 4, danke schön. Du kannst dich killen, du hast Kopfgeld. Bist nur du, wohin fährst nur du dann, Alter. Komm mal her. Ja, moin, Alter. Ja, ja, ich weiß schon. Gnadenschuss. Mordi, lad mich an. Und Venka auch. 3.000 hattest du Kopfgeld. Ja, von mir aus. Ich geb dir die Hälfte, okay? Nicht töten, aber du überfährst mich, ne? Alter, jetzt kriegst du ne Panzerfaust im Kopf. Ja, du hast doch die Hälfte. Ja, du bist ja auch arm. Ey, ne, jetzt hab ich auch noch die... Boah, diese Scheiße hier, ey. Was ist denn das denn? Warum schieße ich immer mit Geschalldämpft? Was ich doch nicht. Überfahr... Ja. Hast du Fahrzeuge? Ja, wenn du... Ja, dann... Ich will auch noch eins klauen, den hab ich nämlich auch vier. Und dann... Bordi, ich steig ein. Ne, ich will die erstmal hier alle killen. Ich hab gar... Ich hab minimalen Leben. Eintreffer und ich bin tot und ich treffe einfach nicht die Vollidioten. Jetzt bin ich tot. Alles klar. Lukas schießt mich grad ab. Überfahren ist ja nicht töten. Ja, der hätte mich über... Der wollte mich töten, äh, Leon Crazy. Der wollte mich eiskrack gehen. Kerams GDA, 7,9. 79, herzlich willkommen zu mir. Oh, die steig ein. Wüsst'n du, ne? Hinter dir. Ich hab zwar Bullen, aber die... Du hast keinen Zugang zu diesem persönlichen Fahrzeug. Oh, meine Güte. Jetzt komm, steig ein. Bestell die geringen... ...gegner richtig schnell Luft... ...lieferung bringen sie. Wer macht ne Luftlieferung hier? Ach, wär's jetzt nicht einer von meinen, hätte ich den gekillt. Bist hart, ja. Der Motiv fährt noch schlimmer als ich grade, ey. Was sagst du? Weck ich bei dir durch die Gegend, oder wie? Coole Haare... Coole Haarfarbe... ...und... ...coole Tattoos. Dankeschön, Kerams GDA. Ja, Leute, warte mal. Ich komm gleich wieder. Ich muss mal... ...für kleine Viber. Also, das ist mal, Smoddy hat sich selbst als Vibe identifiziert. Das heißt also, der macht ne Geschlechtsunwandlung. Naja, bist halt nicht so gut entfahren wie ich, gell. Und wieso beweist das nicht? Das ist klar. Ja... Na, das ist klar. Ja... 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 Wieso steh ich hier draußen? Hast du mich rausgeworfen, oder? Weil ich dich raus... Ja, damit du da Clay hochlaufen kannst. Weil ich mein Auto kaprieren wollte, ne? Ach so. Also, du hast ja in der Garage gestanden. Ist GTA ab 18? Ja, GTA ist ab 18. Ja. Ab 12. Ja. Was hab ich? Drei. Drei. Der holt jetzt gleich noch... Drei... Ne, ich glaub vier sind drin, ne? Aber ich hol jetzt... Ich will jetzt nochmal... Ein Fahrzeug holen. Sicher. Ja, wir helfen uns ja alle gegenseitig hier. Das helft dir aber auch mir, oder wie? Ja, mit meinem Kistenlagerhaus voll machen und verkaufen. Ich bin mal kurz frühstücken. Ja, Leon, Quasi, mach mal um ein... Du hast jetzt nicht mein Auto und Kopf rein gemacht, Wenkel. Das hast du jetzt nicht gemacht, Wenkel. Der fällt mir im Foto darunter. Was für ein Trottel, ne? 74, ne Mittelklasse, egal. Die nehmen wir einfach mit. Ich fahr schon raus, oder bist du bei mir mit einsteigen? Ne, fahr euch. Ich will die aber einmal sehen. Ich will mal gucken, wie die aussieht, weil den kenne ich glaube noch. Ja, ich fahr bei dir vorbei. Der Name sagt mir nämlich gerade nix. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, wie geht's dir denn? Ja, bin langen Schläfer. Okay, Leon, Quasi? Ja, ich nicht. Hab lieber mehr vom Tag, als... Lieber früher ausstehen hast du mehr vom Tag, als wenn du so lange pennst und... Alles. Schockt der denn nicht. Du bist halt zu fett, Wenkel. Hehehe. Leute, soll ich abdrücken? Soll ich mal abdrücken? Soll ich mal abdrücken? Hehehe. 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 Aber ich hab die schon nirgends geflogen. Wo ist denn überhaupt das Auto? Das ist bei mir hinten. Lass uns ja erstmal kurz den Platz freimachen, damit ich da rauskomme. Oh, da hinten ist das. Ach, da hinten ist das. Ne, ne, ne. Herrlich. Irgendwann. Ja ichj! Wir fahren mal ganz schneller zu Tee. Tee hat die Lieferung schon angenommen. also das auto ist sehr schwerlastig ist das der wagner ja ist der wagner was habe ich geklaut den wagen habe ich nicht geklaut ich habe den selber mir natürlich auf der pasche an die lenkung ist sehr schwer ach der ist das jetzt weiß ich welche kaste das ist aber dafür lässt er sich auch relativ gut lenken das warst du modi laut mir habe ich dich überhaupt gar nicht getroffen ich bin links an die vorbeigefahren ich habe ja gebremst und bin nach rechts ich bin nach dem katzen laut laut mir bin ich nach links weg und du bist nach rechts weg und ich habe dich nicht berührt bei mir habe ich ein kratzer drin und du hast 1020 euro schaden jetzt wegen so einem kleinen kratzer was ist das für ein bug ich habe dich zwar nicht berührt aber passt schon mal schauen mal schauen wen und wie es den ist cool hat mein freund auch ja der ist ich finde das ein schönes fahrzeug also erst wo er rauskam wollte ich den nicht haben weil er irgendwie war nicht so mein fein jetzt habe ich mehrmals getestet und jetzt habe ich mir immer gegönnt den wagner wagner ne den grauen ja das grau bei ihm was 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 von mir jetzt oder das ich glaube metallig grau aus das ist grün was ich drauf habe ich glaube metallig grau aus das ist sehr dunkel grün modi hat das glück dass du so guten fahrer hast 1020 schaden das geht ja das hast du verursacht wichtig er laut mein bild schämlich also wir haben jetzt das ist in echt weiß ich nicht gern es geht ja was das für ein auto in echt darstellen sollten geht ja weiß ich nicht wenn du kommst du rein ja in deine seo gebäude so wir werden jetzt alles von euch noch mitmachen wenn ihr helfen wollt dann kommt noch zu mir in den seo haben ok ja 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 mhm warte ja ich habe aber nur zwei leute weil lucas ist zwar im ceo aber der macht ja nicht mit der fällt ja immer nur rum lucas ist ich im ceo der ist immer drin na und äh erai war das oder erai und lucas machen mit ja 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 passt schon na dann nimm mal an erai und äh erai und äh erai und auch noch hier rein laden gemolken nie vergessen ja hast du jetzt geh halt mal aus den zeugern aus und vielleicht gegen sohn besser bei 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 ich will jetzt oma helfen ja kems gda mach das mal geh mal deine oma helfen viel spaß hoffentlich gibt es dir die süßkram damit du schön karriere wie oft soll ich euch noch einladen deine organisation ist ja wer ist denn jetzt alles du hast miniastan angeladen den 148 ich meiste mal raus und hat amg er ein ja ja er hat man genommen hast du es gehört modi ich weiß habe ich gehört tratsom hier herzlich willkommen lukas kommen rein da bist du doch ganz starten ich weiß nicht geben kann ich bin einfach aus in die oberklassen und einem mittelstil aus das ist mir egal was lukas hi 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 i Herzlich Willkommen Steam Christopher Herzlich Willkommen Empfehlen Das reinklatschen Attackierung Leistung Bekleidung So pass So Leute Ich bin fertig Warten wir auf die anderen Maudi du kennst mich doch Das bringt ja eigentlich gar nichts Diese schönen Team Leute Mir egal Mir Lukas Behalte dich Was denn Ja Und Ja Ja Und 362.000 Lukas Am besten keinen Schaden machen 20 Ja Versucht mal ohne Schaden zu fahren Ok dann fahr ich mal ordentlich Ne Deon Quasi ich bin zurück Ja schön Deon Quasi herzlich willkommen zurück Mann Lukas alter Willst du dir noch Was weiß ich drauf meinen oder was Er macht sich da jetzt noch ein Pornokubmelde drauf Alter Er meint Er meint seinen Schwanz oder so drauf Ist das nicht mehr normal Ganz runter Ganz runter Nur noch auf X Inkompetent Dummer Lukas Er kann nichts Oh war doch Zeit Pro Gamer Zack Mittelfinger alles klar Pro Gamer läuft bei dir Dankeschön schon mal dafür dass du meinen stream unterstützt threw Lukas v ordentlich sonst bring ich dich die ganze Zeit in GTA um ich heiße er war mit ratzum alles klar sorry war nicht mit absicht alles gut pro gamer das kommt immer nur erst so rüber weil man gleich was ich in stream reinkommt auf einmal schreibt es im mittelfinger ist ja klar dann denkt man das ist ein hater oder so aber ist ja nicht was denn so leute mal gucken wie tief fahrten wir fährten vor mir doch ich so lange nicht unter 360.000 kommt ihr soll es okay fahr doch einfach ein tick langsamer und es fällt auch keiner hinterher überwiegend wir sind das ja nur wir vier und zwei andere und die beiden tun nichts ja schau mal wo du bist also du bist am arsch der welt lukas ein tick schneller kannst du ruhig schon fahren modi du hast gesehen das war nicht meine absicht ich habe sogar noch die bremsen aber die bremsen ist ja nicht die allerbeste wenn ich wie ist modgi da alles klar gibt es noch gibt es nicht schon das mann mobil ja es geht schon bieter land oder das ding mal heißt bieter land also leon quasi ich halte von der kiste nix also ich finde sie hässlich und dumm und scheiße das ist auf jeden fall ein weiteres fahrzeug was ich mir nicht in gta ich muss noch etwas über einen kilometer muss noch fahren dann bin ich fertig lukas der braucht ja ewig du kannst uns denn zu deinem lagerhaus auch einladen ja ich habe einen kleinen kratzer reingeklatschen diese kiste ja bei mir ist einfach losgefahren obwohl ich schon zur hälfte was ich nicht verstehe lukas fährt am langsamsten und hat den größten schaden ja jetzt hat er einen größeren schaden gemacht das ist alles klar lukas wie fährst du scheiße was ist ja ok ich habe gta ja schon lange nicht mehr gestartet darf man das gleich mal sehen auf der internetseite ja leon quasi ich kann es dir gleich zeigen wie heißt aber ich mache mit hast du jetzt dann können wir reden pro gamer wir müssen noch ein headset hätte den hättest du mich jetzt auch im stream nicht gehört das ist das also ich bin auch in einer party aber ich heiße da hat hier schon reingepostet brauche ich natürlich wieder nicht sagen die party ist aber voll das heißt also du kannst nicht in die party außer ich würde einen rausfassen wie lange zusammenfährst du denn ey wir fährt doggy style alter ja doggy style 360.000 das ist perfekt wie viele habt ihr so bekommen wenn ich mal wissen darf ok schade aber du kannst mich sonst gerne hätten du kannst ja sonst in die lobby mit rein machen einfach mit durch die gegend fahren ja aber weh du machst irgendwas schade scheiße wie könnte ich rausschmeißen aus der party wiener schießt tixle robin ich spawne jetzt bei dir ich weiß aber ich schau mal ich spawne schon links bei dir ich bin im ladebildschirm ladebildschirm ist noch nicht drinnen ja klar ja normalerweise eigentlich nicht aber wenn modi sagt äh du da hast und passt ja naja weiß nicht ich bitte mal einfach mal zu machen oder was ist das ist ein zentorno zentrone ich hab ein vier oberklasse hat ne das ist kein zentorno was du hier vorstehst das ist kein zentorno was du hier vorstehst das ist schon klein komm einmal für mich den der mamba also mein lagerhaus ist voller glaub ich ne ich nehm den x80 mir ist das egal ich war hauptsache ich war eine und er kriegt den emis so und er und er kriegt den äh dropzunlu61 wenn du bis weiter hoch in den chat rein scrollst dann äh siehst du auch dass ich das schon mal gespielt habe aber wir wissen bei 173 jahre ja moin Maximilien grüßen wir haben ja ein bisschen raus jetzt bekommst du mir er hat es mit ihr um zu tun ja schick mal H&M die aus der x80 ja klar hey AliTV hier AliTV hierher zu kommen zu ihm Progamer grüßen mehr als sondern ja liebe grüße gehen an ihn raus ja leute wenn euch der stream gefällt könnt ihr gerne einen like und abo da lassen ich würde mich über jeden like aber freuen leute einzeln mit schienen einfach also einfach nicht mehr an wo ich habe so viel geld dass ich mir den 811 leisten könnte jetzt ich liebe diese kiste ja ne ich will sie unbedingt haben und geht her was ich will ihn ja unbedingt haben nein ich meine ob du ihn jetzt gerade hast ja jetzt gerade deswegen sagt das ja gerade weil ich gerade fang ja aber tun die dinge einfach ja das letzte dieses mal jetzt war voll fertig keine werbung bitte ja bitte danke ich habe das falsche gelöscht scheiße kein schaden wo war geil kein schaden aber eigentlich noch im telefonat waren ja ich bin ein bisschen schneller dann hole ich euch auf dann kriegt dann 400.000 ich werde gerne an euch vorbeiziehen hier vor mir die beiden aber ich habe in der goldenen skr und mit der normalen skr 680 schuss gab es ist mein meister ob das erste mal aber so lange nicht nicht unter 90.000 wir haben es schon versehen da ist ein bisschen zu stellen da kommt am besten ohne schaden machen also ich fahre ich fahre bis jetzt ohne schaden ich habe kein einzigen schaden gemacht 1 2 1 2 3 anfangen wenn du das machst dann schmeißen glaube ich ist ja aus der party geschmissen und du bist aus dem spiel geknissen auch ich würde es nicht machen und jeder das war knapp mit dem motorradfahrer der hat grad speed genommen ich weiß aber ich habe noch keinen einzigen schaden also bei mir läuft es gerade den äh warte den waller und wie kennst du den waller den kenn ich nicht wir kicken wir den mal gleich den wenn einer kommt da kommen immer viele nach ja ich bin auch wenn wir den ich gehe da hat einer von euch schaden gemacht ich weiß nicht ich nicht ihr habt alle schaden über 1100 irgendwas ja weil ich auch so sie gegen eine laterne gefahren bin mit meinem hinterteil links also ich bin mit neu schaden reingekommen das passt progärner danke schiller zock lp kannst du mich grüßen ja liebe grüße gehen da nicht raus und heute einen wunderschönen guten tag progärner bist voll cool wäre das auch wenn ich schick den johann kann euch ja progärner dankeschön das freut mich zu hören ich brauche das nicht zu schicken weil modi weiß dass er für mich gut ist ich hole schon vier sitze also schade dass man in gta keine leute in diese mülltonne rein prügeln kann das wäre doch so geil ja bitte einmal grüße gehen den ball aus an schiller zock lp dankeschön das so ein bisschen auf dem schatten achte das ist mega nice von denen so und jetzt den baller rausschmeißen den baller einmal rausschmeißen den wollen wir nicht haben warte mal spieler ey man ich muss schon wieder für kleine weiber das ist doch nicht mal normal was denn heute los was geht her hast du heute ne schwache blase hast du an christian kleiner neppe zurückkommen und dich nass macht ich sauf zu viel aber dieser waller ist nur ne kuh dann hör aufs kaffee zu saufen ja erinnah ja magst du fortnite mein freund spielt das die ganze zeit lina ja ich mag fortnite sie ist auch noch überwiegend ähm viel aber erstmal liebe grüße herzlich willkommen stream erstmal und schön dass du eingeschaltet hast ja falls ihr noch nicht abonniert habt und alles dann wäre netz für modgedia bestimmt auch dass ihr ihn abonniert und natürlich auch noch ein like belastet modi ja wollen wir eben ehral helfen und verkaufen ja lass mich hier vor auf klub pinkeln so ist ist nicht mehr normal salla ich bin gleich wieder da ja ok dann lad mal ein alter hier komm also modi kann aber machen wir bei dir hangar verkaufen ehral also machen wir bei dir hangar woher ja ja ich dachte wir machen jetzt hangar ja ok kann ich machen adam wie er helft ihr mir denn aber eti mir ist es egal eti was was auch gleich wieder vier super dinge wir machen richtig gut geld oder heute ist money tag ja heute ist money tag also wenn wir sowieso weitermachen kriege ich heute noch die tue da ja wenn ich so weitermachen würde dann würde es bei mir noch 20 jahre dauern bis ich irgendwas über eine millionen kriege ich muss auch mal bei mir wissen ich helfe dir denn auch mal gleich ne ja progamer abonnieren nicht vergessen falls du es noch nicht getan habt ey ja geil ich bin drin ich geh aber raus weil ich dann schneller starten kann verkaufen ira ich hab das ding auch für privatgeld mir ist egal ey bro alter ähm boh geil ich hab auch nie tuningwerk gestattet jetzt eh rein so eh eh modi kommst du rein ja äh ja äh mein messer ich hab ein messer hier liegen weil ich mir grad was schmier ja lad mich mal ein ich hab Hunger ja progamer abonnieren wie alt seid ihr bin zwölf und spiele gta fünf auf ps4 progamer äh ich bin 24 und die anderen ja ein bisschen jungen ne mhm ich brauchst du wer grad die Frage gestellt hat ich nachts will komm ist er auch schon drin zum Hunger machst du Hunger oder was guck mal ihr rein guck mal ich bin Zombie aller Black of Sky Zombie aller so ja der Stream like nicht vergessen ihr schaut es ja nicht umsonst ich bin auch zwölf progamer guck mal aus dem Fenster gleich er Ladebildschirm 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 ich bleib draußen dann weiß ich gleich was wir haben guck mal er gleich aus dem Fenster du willst dich erschrecken sag ich dir Leerzeichen hast du ich hab kein ua brauche ich nicht äh wohin dahinten das gibt's nicht hilfst du mich mit warte ist bestimmt ein Kago Bob oder das ja ist ein Kago Bob wenn du das doch pisten man muss dann pisten darf ich den Kago Bob nehmen dann ist sowieso nur einer zu was zu nem Kago Bob den darf ich fliehen den lasse ich niemand fliehen oi alles klar hier da läuft die beschützt mich er fliegt da mit dem Helikopter musst du das ist einer Leerzeichen das ist schade habe drei ua's na das ist doch schön also ich brauch kein ua es macht viel mehr Spaß wenn du dir alles überlegal in GTA wie da jemand ein Kampi wer ist das ja das ist ein Kollege von modi macht viel mehr viel 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 mehr Spaß das lohnt na 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 weil eine Fracht hat Tee ne Tee fliegt hin warte mal ich bleib hier bei den Containern aber hier noch einer ist er kann mal ist ja dein Typ ey ich bin grad mit Tee allein hier drin ja naja ich bleib hier bei dem Container ne ich habe auf mein oder 16b an Leerzeichen das ist doch das ist doch schön wenn man so viel Geld hat im GTA aber ich bin einer ich habe auf der PS3 immer gemodelt also ich war selber Modder da und auf der PS4 jetzt nicht mehr ey Abstand ich brauch das nicht guck mal ich bin jetzt wie lange habe ich die PS4 jetzt die habe ich jetzt acht Monate oder so die jetzt und guck mal da hat ich noch nicht GTA also seit was ich wann kam der erste Stream von GTA weiß ich nicht also das sind klügend sechs Monate noch nicht ja maximal sechs Monate und guck mal in diesen sechs Monaten bin ich 100 Level 172 geworden und wenn man weiß wenn man viele Jahre schon GTA spielt und selber mal gemodelt hat und so weiß man selber wie man sehr schnell viel Geld verdienen kann ohne zu glitschen und so ja jemand hat der K. gesagt wie viel Geld er hat wie viel wer jemand ich war gestern kurz vor PS4 zu kaufen mit 2 16 Billion es war ausgekauft ok schade auf PS4 oder PC Progamer schade man netzeichen also wer einen braucht schreibt nicht auf PS4 an ohne muss geben BB alles gut Progamer bis denn ja ich brauche aber keinen ich hole mir lieber alles egal es macht viel mehr Spaß wie viel Geld kriegst du da für ihr rein wie viel Geld kriegst du da für ihr rein ja hast du das abgeliefert das abgeliefert du kannst ModGDA auf PS4 adden einfach ModGDA 19 in Playstation Super angeben darunter findest du ihn wenn man und die sagen ja das ist der die 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 Autos, die du von der Straße geklaut hast. Ja, Moly, du hast da auch noch reingepostet. Ich hab's noch grad mit einer Hand gemacht. Und mit der anderen Hand bin ich geflogen. Ja, irgendwie lädt mein Chat schon wieder nicht nach. Das ist doch wieder rein zu scheiße hier. Was denn das für. Eieieieieiei. Ich hab grad gedacht, du schriegst in der Außensicht. Sorry. Ich stehe ja gerade mitten auf dem Container und warte auf euch. Soll ich dich mit dem Container mitnehmen? Ja. Mal gucken, ob's geht. Welchen Yacht ist das da hinten? Ich meine nicht. Wir sind übrigens zwei Yacht sogar. Oder? Wie nur eine. Noch zwei. Der eine andere Garten hier. Ja, wo ich die Yacht gekauft habe, hat er hier noch ein Unbevolder gesagt. Der eine verkauft auch gerade. So viele Kisten sind das noch? Nee, das ist nur noch eine. Schade. Hätte hier nicht so gewackelt, hätte ich's geschafft. Warte, 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 warte. Ich bring's wieder runter. Warum sind da noch vier? Ja, weil die von dem anderen sind. Die verkauft auch gerade. Ach so. Flieg mal los. Komm, 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 komm. Ja, Leute, das ist jetzt unser neues Ziel. Wir bleiben jetzt hier so lange drauf, bis wir die Kiste abgeliefert haben. Mal gucken, ob wir das schaffen. Kann's ruhig Vollgas geben. Ich fall schon nicht ohne. Ich geb' nicht Vollgas. Ich flieg da lieber langsam, auch wenn wir 40 Minuten haben, aber so weit ist es nicht. Ja, das ist normal. Aber ey, der ist überhaupt nicht weit weg, man, dann bist du in einer Minute da, Alter. Ey, Modi, du fliegst da runter. Und da flieg der auch schon. Nee. Ich steh noch drauf. Mod, geh jetzt hier einfach mit der Waffe, dann ist das besser. Jetzt bin ich, jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich ohne. Egal, flieg weiter. Euch schade. Tschüss, Mori. Wir haben's aber weit geschafft. Ja. Ey, zum Glück, Mod, ich hab' es nicht ins Wasser gefallen, das ist so nervig. Ja. Ehrlich. Oh, okay, oh, wollten wir schießen, sorry. Macht nix. Ja, ja, wir machen das schon. Ich sag' keiner auch. Ja, man kann mit einer Sniper schießen. Ah, stimmt. Aber, ah, nicht so gut. Hm? Nightrider, bist du Nightrider? Ja. Da kann ich gleich mal helfen. Danach mach' ich erstmal, helf' ich ein bisschen Tee noch und dann mach' ich bei mir noch weiter. Sagst du den Hammermüller, PSM-Bagina, Lars, haben wir alle schon reingepostet? Tee? Alle boost'n hinterher. Tee? Ja. Ja. Gleich, wenn E-Rei dann fertig ist, ne? Also, mit sein, wenn ich jetzt dann Fahrzeuger helfe, ne? Dann helf' ich dir mal, ne? Nee, komm, da hab' ich. Aber guck' mal, wer unter mir ist. Glaub, da schießen... Da schießen wir, glaub' ich auch noch mal drauf. Lukas, ich brauch' nur abdrücken. Okay. Ehrlich, Alter. Du hast auf mich geschossen. Du wolltest es so. Doch. Was bist du? Was für'n Event denn? Das mit unter den Brücken drunter fliegen. Oh. Das ist ein Hammermüller, zockst du heute Abend auf PS3? Muss ich mal gucken, glaub' ich heute Abend noch mal auf PS3 und dann komm' Wir gucken mal. Wir müssen jetzt noch den Heli zurückbringen, dann passt das. Dann hast du's abgeliefert. In vier Minuten zurückbringen. Ja, schaffe ich. Muss ich nur ein bisschen schneller fliegen. Ähm, ähm, Tee, kannst du mich mal... Kannst du mich mal eben beim Lager... Autolagerhaus ablassen? Dann warte ich schon mal auf die Rechnung. Ja, ich... Ich spring' dann einfach raus. Ja. Aber ich bitte in die Richtung, ne? Und ich kann... Ich fliege schon mal ein bisschen hin. Ja. Wenn ich nicht auf die Fresse fliege. Ich komm' hier oben ja nicht runter, wenn ich... Oder spring' schnell eb ich. Eray kann denn auch schon mal zum Autolagerhaus, ne? Ich spring' jetzt da auch ab. Wie viel Autos verkaufst du, ähm, Eray? Zwei. Ja. Okay, warte. Warte, ich geb' dir den Brot. Was machst du, Eray? Jetzt raus. Was machst du? Raus. Raus. Je... Wohin darf man ein Abo gegen ein Abo machen? Ähm... Es kommt drauf an. Dann können wir ja zusammen zocken. Ich guck mir erst mal deinen Kanal an. Was? Was ist... Was? Lilo. Du musst im Beste weg die Karre nehmen. Jo. Ein Tuning du mal ne? 20minn hat er... Also viele Videos passieren, nicht mal. Was heißt für dich oder hat's den Opa gebaut? Also... An den Typen, der in die Party rein wollte. Ähm Pixel Robin du warst, glaub' ich. Also du hast für mich oder... Hast du das in Ostau gebaut? Ein Platz wäre jetzt frei, wenn du reinkommen willst. Ja, Justin. Hä? Also ähm, ich meine das Pixel Gamer vom Stream, oder wie auch immer der da heißt. David Sexy hätte gekommen im Stream, David. Oh, die soll ich dich mitnehmen? Ich kann nicht auf dem Boden absetzen. Alles gut, dann flieg mal. Hier ist gerade meine letzte Waffel und dann geht's weiter. Dann hole ich erstmal wieder vier Fahrzeuge, Oberklassen will ich und dann können wir nochmal verkaufen. Ey, Rai, ich mach mal eben deine Meinung, schack mir einen neuen. Ey, hör mal bitte auf. Sag mal, wie findest du den Helicopter? Ich hab ja jetzt ein Tuningwerk, da kann man die Faria auch von den Dingern... 11.000, ich hab gleich abgezogen gekriegt, Alter. 11.000, ja moin, fürs Rumstehen. Warte, wie kriegt der mehr? Ja, dann kommen wir mal rein. Und dann komm die blödsinn. Das war das wegen dem Spiel, oder... Warum? Ich hab was gearbeitet, aber dann war der auch wegen der neuer ist. Dann hab ich dir in den nächsten Mal. Mhm... Ich lefte... Ich lefte... Ohne, du musst auch leften. Was bleibt, für die Studie? Ne, ne, ja... Deswegen ist er... ... Oh man, so fieser, ich bleib den grad dran, aber ne, der nicht, Zitrono Mein Auto spawnt komplett am Arsch Ja moin, bin tot Geilträckst du dafür? Ich kann erstmal laufen Okay Mordi, ich schau, wie du abhebst Mordi, ich schau, wie du abhebst Und tschüss Erstmal wieder als CEO registrieren Mordi, hilfst du mir? Geschwind, nicht dir Was musst du denn machen? Kisten, ne? Kisten, ja Und zwar doch erstmal ein paar Ich will ja einmal schnell die Jungenbocker sein Auflaufen Also, ähm, T Ich hab den Hm, warte Kerms, geh da Bin wieder da Jetzt willkommen zurück, Kerms Schön, dass du wieder eingeschaltet hast So schnell erstmal So schnell erstmal Danach aber, mach ich erstmal T Und dann mach ich bei mir meine Autos Bin wieder da So schnell So schnell So schnell Kann nix Ding Ganz stymig Warum, glaub ich Was ist das denn? Scheiße Du fährst schon alten Audi fährst du da eh reich Hm? In echt ist das ja glaub'n Audi irgendwas mit Rallye Sport Omnimes Nö, glaub'n ich Wir sind alten Audi, also diesen alten Radio Audi Hm? Den alten Radio Audi Hm? Sind Radio Audi 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 Wie viel Geld hast du? Um genau zu sein Etwas über 1,5 Millionen Was zockst du? Ich weiß nicht, ob du zocken So viel Geld hab' ich über 1,5 Millionen Mitte Klasse Natürlich Alter Twopies Alles klar Leucht Egal, nimm mir mit Na, das wird viel schneller als du Ja, ich hab noch bis jetzt gar kein Uber gebaut Geil Leute, dann holen wir jetzt erstmal wieder ein paar Versuchen wir ein paar Oberklassenfahrzeuge zu kriegen, damit wir wieder welche Verkaufen können Vier Stück Mochte ich geh erstmal aus dem Schirm raus, gell? Ja Was machst'n du? Ach, kein Wunder, warum Chris Naja, okay Ich mach dein Internet los Ne, ne, mein Bruder ist ein Internet spockt Aber die ganze Zeit hat das nicht gemerkt, gell? Warte mal Ja, der zu dir Mochi Das gehört zu mir, der gehört zu Crew Der MoPCO0, der gehört zu Crew Ah, Top 10 Kicken, oder? Ne, ne, der macht eigentlich nix Ist auch Also nicht mal auf Ist er mit Mochi GTA Ja, von uns von der Crew Doch, der ist eigentlich von Mochi Der gehört zu seiner Crew Ja Achso, okay, dann macht der schon nix Der Mo Der Mo Schmuck Ich krieg gleich eine teure Sache Und kann nur eine Kisse drüber Nice Warte, warte mal Ich muss einmal, sonst hab ich gleich keinen Chat mehr Mein Handy ist nämlich hier Warte mal Und ich hab mich keine Lust den PC ansonsten machen So, perfekt So, perfekt Ich bin jetzt schon drin Ich halte mir so bei vier Kissen So bei drei Kissen, ja Ich halte mir so bei vier Kissen So bei drei Kissen, ja Ich halte mir so bei vier Kissen Der kommt, lad mich mal ein in den CO Ich hab jetzt schon angefangen, das dauert jetzt, ne So lange klauch mal von mir eben ein Auto, ne Nein Was ist sie? Nix Ich kann mir grad nur kein Auto bestellen Da ist grad ein schnelles Auto weg, aber auch kaum von mir Ja, jetzt zieht er eine Tour wie gestern, ne Hm? Du und Erai hat ja gestern so eine Tour gemacht, ne Ja Ja Was geht hier? Ja Na, der ist ja weg Achso, äh Hier, äh Was hast du noch gestern gemacht? Also, wo du die Party verlassen hast? Äh Gar nichts mehr, glaub ich Nee Nix mehr Ja Nein, ich fahr jetzt zu mir Alle Frauen Haben Sie sind cool Okay Keras Was geht denn jetzt bei dir verkehrt? Na, dann gucken wir mal Wie viele Kisten musst du machen, Ki? Ich kann ja nur eine holen, weil ich nur Einzelne bin Du kannst ja mal Tropfen reinholen Drei Kisten schaff ich von der Zeit her nicht Das kann man vergessen Ja, aber wenn du ein Transporter hast Wenn du ein Transporter hast, dann hast du Ja wenn, aber das ist bei mir sehr selten Ich krieg immer Einzelne Nur bei Einzel- oder zwei Kisten, da krieg ich immer Transporter Aber bei drei Kisten muss ich immer Einzel holen Oh 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 Oh, der hinten steht da hoffentlich 5 Kilometer gefahren jetzt Ja, okay Ja, okay Ja, okay Sag mal Ich hab gedacht, der wäre tot Ich hab gedacht, der wäre tot Wie kannst du noch in der Partie Warte, wer ist dieser Tony? Wer ist denn der Sitzung dieser Tony? Weiß ich nicht Wird halt deine Kuh? Nein Warte Der Tony 19 26 Ja, gehört auch nicht zu mir Gut kicken Rauswerfen Geht mal alle auf Tony rauswerfen, ja? Kann nicht Erai? Kann auch gerade schlecht Erai? 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 Ah Fünf Jahre später, Alter Zugebisse Ich bin mal in das Ding gefangen, oder? Ach, der ist das, Leute Den wollte ich mir auch irgendwann mal kaufen Dieses Radikalen-Sass Jetzt kann ich kurz geschwind Das finde ich auch ziemlich geil, die Kiste Oh, jetzt verfolgen mich auch noch Flugzeuge Ich werde mit Klappner werden Beknobel-Signal beginnt in 10 Sekunden Ich habe nur noch 400 Meter Oh mein Gott Oh mein Gott Ich schaff's bitte Mhm 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 Alter, kommen wir mit 1380 Schaden an? Glaube ich nicht Dieser Scheiß Ich hasse ja diese Bots mit dem Helikopter Die treffen einfach Jeden behinderten Schuss, Alter Da? Da ist ein PNT Wiedersehen Gute Nacht Jahrhundert Kisten Ok, I'm good Ja Leute, ich lese gleich nochmal und check mal weiter vor, ich muss einmal kurz das Auto abliefern hier, einen Moment. Er rettendes Mobbing. Klar, wenn der Helikopter ab, der bei mir rumfliegt, Mann. Das wäre echt top von dir. Egal, schade. Wie ich das machen kann. Scheiß Helikopter, allein wie die jeden Schuss immer treffen, das ist so ein Abfuck, Alter. Machen wir ultra viel Damage so, ne? Ja, weil die einfach, die treffen ja jeden Schuss, die bei, die Typen die da drin sitzen, auch wenn der Helikopter irgendwie was sich total hin und her schaukelt, die treffen. Und du fährst auch noch Saddam, die treffen. Ja Leute, einen Moment, ich antworte euch gleich im Chat. Einen Moment, 500 Meter noch. und ich kann das nicht machen, was du lange�cken, das ist… Ja, ich denke mich... Ich glaube schon mal an, auf... Okay, ich hab den überhaupt verlangen, ich weiß wo der Neptrsch ... Habe ich eigentlich dein Instagram-bild gelangt? Ich weiß ja nicht, Leon. Okay, sie kann planen. Musste ich gucken. helfen sie mir bitte holen sie mir ein fluchtauto bin bank okay so kommt man das massen das schöne gangster hier herzlich willkommen zu ihm leon crazy hier gangster ich rasierte ok na rasier man herzlich willkommen zu ihm ja ist mit mod gda fanboy herzlich willkommen zu ihm gangster 42 ich grüße mich ja liebe grüße gehen an die draußen haben wunderschönen guten tag wir holen jetzt erst mal was erliebt wie viele fahrzeuge bevor wir verkaufen acht stück können wir zweimal hintereinander schade die autos die hier stehen darf ich nicht klauen schade heute ist mannig die perfekte lobby fast alle dieser alle die hier drin sind die ich kann man perfekt mannig machen jetzt ohne probleme aber wenn wir alle ein hier ist echt gut wenn man hier so viele hat mir an drei autos und so was aber mal so wenn sommer macht marie und hat man ich meine wenn du viel super sportwagen hast ne sind ja 400.000 sind 400.000 sind so viele wie die uns bald schenken werden drei wie die grenzt sie haben zu veröffentlicht werden es ist stark das ist die frage nicht und schon verhaftet ist klar dort folgen aber die erste verliebt der 10 ja Ja, Minecraft ist auch geil am PC und GTA will ich nicht schon wieder von vorne anfangen Und will ich auch nicht Abgesteckt, 3D, herzlich willkommen zu Ihnen Jetzt habe ich ein bisschen Insta-Bilder von dir geliked, ok? Ja, zeig der mir oben auch schon an meinem Handy, alles klar Komm, grüßen Arsch Fährst du mit den Soltan? Ja Gangster? Ich fahr mit den Soltan Hab ich Ja, von euch Bullen Ich weiß, wie viele Sticks hat man Der Der Bartley, hier, Hensel-Komstwin Man kann von PS4 auf PC wechseln, denn das funktioniert aber nur einmalig und dann kann man nur noch auf PC mit dem Account spielen Ok Leon Crazy Das ist ja auch nicht schlechter, denn sollen jetzt mal wieder einführen, dass ich meinen alten Account von der PS3 hier rüberkriegt auf die 4 Henschen, hier, Hensel-Komstwin Ja, weil es sei so geil, wenn sie die Übertragung, dass sie die hier machen würden, ne? Ja So, Moni tut's für uns alle ohne Kreuz machen, ne? So, krieg ich jetzt mal ein Oberklassenfahrzeug pro Oberklasse Eindeutig, Oberklasse Ich hab ein Z-Type E-Rei Ja Taurus, Oberklasse Bombe Das sei nochmal Taurus Taurus, Taurus, wie der Ding mal heißt Taurus, 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 Taurus schafft wir heute noch die 2 millionen begib dich zum zahn dann ich bitte keine rennen ich will jetzt diese rennen nicht fahren perfekt die sagen alle lautlos gehen ja was brauchen wir lautlos rauf da und weg ist der typ und nein helikopter nein der kopf der trifft nicht wirklich jedes mal auch mann der helikopter trifft dich jedes mal ein moment ich antworte euch gleich so eine einladung im büro damit du gleich da bist ich frage jetzt habe ich wieder ein scheiß helikopter hinter mir das kann das kann doch nicht sein im moment nerven die helikopter nicht ich hätte schon 4 millionen durch den scheiß gemacht ja das sind 400.000 ich habe keine ja wo ist das kannst du gta 5 online spielen ja da war ich doch wo bist du ein mädchen wie mädchen passen jetzt los weil dann nicht 4 stunden lang ein mädchen auf dem arz schauen will auf der ps4 alter woher kommen denn diese scheiß bots hier wieder na wieso bin ich jetzt wieder ins co gebäude rein es gäbs doch net ich war doch mal weit entfernt davon auch noch mal noch mal so tschüss einen moment leute nee nie rums 2 also nur zu 12 jetzt schmiede dieser helikopter hier und alles, das fackt doch wieder gerade richtig ab flieg du schon los oh nochmal nicht nur wer ist das denn? 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 ich hab fast 4000 jetzt kannst du mal kurz, kannst du mal kurz einfallen, dass ich hier ein Auto fahren kann boah, jetzt sind hier auch noch diese bots, Leute, das riecht so auf gerade, Alter E-Rei? oder mehr da fahr ich eben kurz mal CO-Geräuse mann, wie, die einfach hier einen behinderten schuss treffen an Fahrzeug, Alter, so unlogisch, Alter weil wir E-Rei? raus mit dir fahr ich eben kurz zu man CO-Geräuse oh, oh, Alter alles gut, ich soll einsteigen oder was fliegen 6000 Schaden, wie ein scheiß Helikopter, Alter, leck mich doch im Arsch, Alter bis Helikopter, wie die einfach jeden behinderten Schuss treffen, Alter abgestinkt, 3D, alles klar, nicht zu spüren, sonst fliegst du Leute, wer zu spüren im Chat, dann schmeiß ich auch gerne mal aus, hier geh rein ich hätte das Fahrzeug jetzt klauen können, angeben ich kann alle tausendmal, mir ist es egal, ich kann auch Pazifik-Standardraub machen na, ich mach keine Glitch bei Pazifik oder so kannst du vergessen ich spiel die lieber normal er hilft wenigstens er ist die Ausnahme ich mag sie nicht, ich spiel dennoch mit denen aber wenn sie mir was anbieten, lehne ich ab oder beziehungsweise ich mach auch selbst keine Glitch aus na leu, ein Oberklassenfahrzeug haben wir schon mal ich will noch 3 hier da müssen auch nur noch 3 Mod-GT ich hab ja jetzt halt ein Teil ich hoffe ja, dass ich jetzt 3 Stück genau hintereinander kriege das wär so perfekt, Alter Gangster abgestinkt, äh Leute, wieso spamt die jetzt denn alle zu? was soll ich los hier? zum Glück ist doch wohl auch was gerade hast bei Mond-GTA weißt du was ich machen würde, wenn du eine Mittelklasse oder so bekommst einfach das Auto einmal zerstören na, ich nehm die trotzdem, weil das ist alles Geld, was man machen kann aber ich sag, ich muss eine Oberklasse haben weil die bringen dir einfach im Endeffekt mehr Geld ja das ja, aber wenn du eine Mittelklasse zwischendurch auch mal verkaufst, dann bringt es dir auch was Hauptsache Geld und außerdem auch wegen der Sammlung weil ich die Autos ja wegen der komplette Sammlung verkaufen will und so und gibt ja keinen Freude hier mitmachen ja, gleich du kannst sowieso nicht in deinen Hang oder was überhaupt erinnern einfach wie jeder in der Sitzung sein CEO ist, ne? Gangster, hört mal bitte auf hört mal bitte auf zu spammen, das ist echt nervig ich komm gleich in den Chat Punkt 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 vamos Thats unten und nach oben Achso hmm Golden Chat Wieso ist er hier gespawnt? Ey, Erai? Erai? Ich weiß. Der Bartli, hört auf zu spammen hier. Popo, wo sind denn die Mots? Ich weiß, es darf nur ein stück normaler Chats los sein, der halt kommt. Erai? Junge, hör auf. Darf ich Mord? Erai, bist du da? Nee, ich komm schnell, einen Moment. Ich mach das schon, Mordi. Killer, Killer, Entschuld. Hey, herzlich willkommen Stream, Gangster, der Bartli, ich rasiere dich. Alles klar, Gangster. Gangster und abgestingt, wie er mal heißt. Ihr wollt echt, dass ihr aus dem Stream fliegt, wenn ihr weiter zu spammen, ne? Kann das sein? Anscheinend ja. Wer ist es? Abgestingt uns? Gangster. Ja, Gangster. Ja, jetzt schreibe ich mir gerade nur mal. Wann hat sie ihn erstmal gelöscht? Hey, hey, Pechka. Mh. Späti erstmal nur für 300 Sekunden. Damit sie erstmal eine Warnung hab ich auch. Oh. 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 Mh. Mh. Okay, du hast auf YouTube nochmal alles groß, ne? Mh. Mh. Was willst du? Was? Also ein YouTube-Kuner heißt nochmal alles groß zusammen, ne? Was geht der, 19er? M groß, ganz klein. Das ist ja klar. Ok, dann, 19er. wunderschöne landung oberklasse oberklasse bombe noch zwei stück gleich da kommen wir wieder verkaufen wir haben wir noch brauchen zwei stück zu holen die können das nicht schreiben kannst du mich ja rasieren geld bekommst du aber nicht machst du das ja okay sie hätte ich ja da ja moike warum hast du immer so glück und kriegst immer oberklasse muss ja auch mal sehen überlegt mal ich bin 172 und ich zock noch was sie ich gerade mal ein halbes jahr gt auf ps4 wir sind gerade mit einem helikopter unterwegs das ist mal ein halbes jahr jetzt hier geht er auf ps4 ja weil alles andere kann ich geht mein kopf ab vorteil hat auch keine lust drauf rocker und bei mordwander mache ich ja gerade die einzige kampagne und zwar nicht langweilig aber ich brauche mal einzubringen allein wird er gesagt nein wer geht dich zum flughafen los santa ist er sah nicht diese kiste fährt jetzt darum alter nee sowas hasse ich immer ich bin back molly wer bin ich der schwarze man kann xd das bist du ja wenn er sagt ich rasiere dich das angebot nehme ich gerne an nein was hat er was gemacht party mein rock rückkehr ist da kann xd du bist endlich mal wieder am start mod g der army ist die coolste dankeschön der bartli so jetzt holen wir mal diese hässige kiste die 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 fahren hier nur im kreis das fackt so ab man oh nein nein sorry sorry weil die aut nicht ansevisieren das kann doch nicht sein ich hasse es wenn die autos einfach nur im kreis hier fahren alter das fackt so ab man was ist denn dieses alter jetzt bleib doch mal stehen du scheiß typ jetzt rammt er mich auch noch das ist ich drehe wieder ab alter au au naja ich weiß zum glück haben wir ein warz fahrzeug man kann der typ mal nicht so viel gas geben jetzt hier alter das fackt so ab man ey weißt du was ich zerstör gleich das auto und so weiter geht hier das ist ja ähm also es hat kraft kann gut ziehen alter ja ist so ist auch leute das ist doch nicht mehr normal alter jetzt bleibt doch mal stehen hier ich hasse das wie würdest du den so kriegen alter was denn die wahlküre nein hier dieses fahrzeug was ich holen soll man der fährt um kreis und du kannst ihn einfach nicht rausschießen weil er so kleine fenster hat und du einfach nicht triffst weil er sofort wieder abbiegt fackt so ab man ja ich dreh hier gleich ab alter diesen typen hol ich jetzt da raus meine fresse jetzt bleibt er endlich mal stehen alter ja wenn er sagt ich rasiere dich dann die rasiere dich dann das angebot nehme ich gerne an kann ich sehen das auto jetzt macht BDA ja man ist gebotter Eggermann sterben nie welche konsole ps4 ps4 ist die konsole ps4 ist die konsole nur einmal ich wäre wie ein mod ich bin sehr aktiv was ist das ja ich bin sehr aktiv aktiv am start ja denkst du hier hier bist du auf youtube gekommen durch screenfall bin ich auch auf youtube gekommen damit habe ich erst richtig angefangen ja durch screenfall das ist dann die screen multgta ja hast du eigentlich screenfall unten in so verlinkt also wenn man auf der startseite geht ja ja hab ich erst man sieht den aktiv wo mein youtube kanal ok er ist abgestimmt wenn ihr jetzt weiter so macht geht dann schweck ich gleich wieder raus ok abgestimmt und wir haben einen gangstar 240 er hatte Kopf zurück ja leute fast 7.000 schaden nur weil dieser typ einfach nicht aus dieser kiste raus wollte leider unnormal bring mich mal in die innenstadt der EI bis noch da bitte ich doch einfach wenn du einmal Hilfe brauchst du brauchst doch einfach wenn man Hilfe brauchst du verkaufen ich habe nur die zweite oberklasse und zwei andere verkaufen nicht wenn man genau weiß man schießen muss und ich weiß wie ich schießen muss einfach in die innenstadt gehen oder gehst einfach zu einem Bushafen und zerstörst da die Busse weil die bringen mindestens eine Milchung warte leute ich einmode gleich wieder angestellt ein Moment Mord geht also der schwarze Mann ey wenn er Mord wird dann macht den schwarzen Mann auch Mord dann werde ich blau er kann ich seh wieso hast denn überhaupt einen anderen Account jetzt was mit deinem normalen Account Gangster hier Leute nicht zu spammt alter Gangster wo zurück und weiter spammen cool boys ich hör jetzt auf ok dann hör auch mal auf fertig mein Name will blau werden also abgestinkt ist jetzt wieder ja ich abgestinkt sind Freunde ja die hört man auf zu spand sonst riecht dir gleich komplett raus ja und ab äh du hörst jetzt auf äh aber abgestinkt hat nicht auf gehört der ist jetzt wieder für 300 Sekunden wenn er es dann noch einmal macht nach den 300 Sekunden dann ist er raus dann ist er gespürt oh nochmal so jetzt haben wir ein zweites Mordklassefahrzeug jetzt können wir noch eins holen Herr Tee mhm kann kannst denn entscheiden wie viele Sekunden wie du ihn stummst oder sowas ne ich kann aber nach 2 Sekunden kann ich den wieder mit 300 Sekunden sperren jeder kann äh kann das jeder ne nur der Mord ist so ok alles klar Tee will einfach nur Schaden machen alles klar Tee will einfach nur Schaden machen ja klar ja klar Mordi macht auch keinen Schaden genau bloß leider nicht so viel wie ich ich will auch nicht so viel machen ja ja macht den größten Schaden aber bitte lasst mir das Geld gell ich würde das Geld auch haben hey lol hä warum hab ich auch noch einmal so viel Schaden ja nein nein da hast du eben vergessen wie viel Geld verdienst du ich hab ich Platz 2 online so 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 geb ich mich zurecht mit 400 was ja ja auch nicht schlecht ich mach mir auch ein bisschen mehr ja aber ich will nicht über dich überschreiten ja weil mein Handy kein Nice Team sehen kann warum ich auch immer das wenn schaue ich jetzt von meinem Tablett aus dem zu ihm ok KXD du kannst auch dein dein KXD Account auch auf dein Tablett machen oder nicht kannst du bitte nochmal erklären wie man Moderator Moderator werden kann indem du öfters im Stream dabei bist also dann merk ich mir das und mitmachst Fragen beantwortest all die ganze Standards scheiße KXD hat einfach schon beantwortet der schwarze Mann heißt ja vielleicht der aktiv sein genau KXD ach jetzt darfst schon wieder ein Stream von dir zu sehen 2 und 3 Staufen KXD ist auch schön dich wieder dabei zu haben chillig okay ok cool 30 Euro nein wie viel hast du wer verdient T ich hab 32.000 aber nur weil P&P noch wir haben die Gangster ich darf und der Schatz Mann wie kann ich meinen kann ich's dir auch von dem mit der E-Mail die ich anmelde ist ich bin hier in Stream dabei ich weiß Leon Crazy Du bist immer dabei gewesen. Nicht immer, aber oft im Stream. Jeden Stream eigentlich. Einfache ACT-Daten eingeben. No, kurz erklärt. So Leute, wir holen jetzt mal zwei Oberklasse. Ich brauche noch zwei Stück, dann können wir endlich mal wieder verkaufen. Modi, TH? Modi? Was? Was denn? Ich brauche auch noch zwei Stück. Was? Ja, weil du hast mir auch was gegeben. Du hast mir 8000 gegeben, aber ich wusste halt nicht genau, wie du genau kriegst. Wenn ich jetzt nicht so wenig bin. Ja, kann nix sehen, seine Titten-Lady ist auch da. Oh, nochmal. Nee. Wieso kann ich abgestimmt nicht rein? Weil wir ihn für 300 Sekunden oder mehr gesperrt haben. Weil er die ganze Zeit zum Skont Gangster hat. Und deswegen kommt er nicht rein. Ganz einfach. Wenn er fertig ist mit dem Entsperren und es dann noch weiterhin macht, dann ist er raus. Dann ist er blockiert für immer. Und wenn du dann anfängst, dann bist du auch raus. Das nervt nämlich immer dieses Zuspammen. Dann kommt man selber im Chat nicht hinterher, weil einer da so viel reinschreibt, dass du einfach alles zuspammst und die anderen Kommentare nicht sehen kannst. Das ist auch nervig. Ja, seitdem Yana mich hier hingeschleppt hat, bin ich hier immer hier. Ich weiß, Leon Quasi. Yana hat mich auch zu dir geschleppt. Dadurch habe ich dich ja auch gefunden und war ich in deinen Teams dabei. Wann darf ich wieder anfassen? Wann darf ich wieder anfassen? Wann darf ich wieder anfassen? Ja, kann ich sehen. Mir egal. Fass mal an. Versuch' nur... Weil ich es dir gebe. Warum? Du Hurensohn, du bist ein Bastard. Alles klar, Alter. Große Klappe und nix dahinter, Alter. Ich werd' dich echt so auseinander ficken, du Kleinkinder, Alter. Nicht mehr normal, ey. Aber... Ist bestimmt der eine andere da. Dankeschön, dass du Bastard reingeschrieben hast und dass du mein Zwiebel vorbeischaust. Du unterstützt mich dadurch. Ich hoffe, du weißt, dass du mein Dislike gibst. Bedanke ich mich auch schon mal für den Like. Danke, danke. Du weißt schon, dass du da einen durch unterstützt, ne? Aber passt schon. Und geht ja von ihm sein mit wie die Welt. Ja. Aber nicht so viel. Und das will uns auch nicht sagen, so. Ja. Ja, er muss jetzt erstmal die 300 Sekunden abwarten, Gangster. Danach kann man wieder schreiben. Hört auf, lass' den dann rein. Trotz' haben wir ihn wieder da, nice. Versuch' nur, du unterstützt mich mit jedem Kommentar. Und es bringt nix, weil jeder den längsten... Mhm. Du ihn doch eigentlich direkt dran. Nix. Nix. Alles klar. Der schwarze Mann, also kann nix dehnen. Drei Chancen hat jeder und danach muss. Ehrlich? Ehrlich? Ja. Der Bartli. Versuch' nur, Kleinkind. Dankeschön, Leon Crazy. Der hat da unten nur beim Brötchen... ... Nutella Army. Herzlich willkommen im Stream, alter. Welche Konsole? PS4. Lern Deutsch, der Bart... ... ... ... ... ... ... ... ... Hoor, ... also ich weiß ja nicht wenn du mich besuchen willst kannst du gerne Riese bekommen und dann können wir mal gegenseitig schnacken mal gucken wer denn die kleineren hat gesagt ich hab zu viel zu tun du kommst Moni ich glaube das hast du jetzt zwei Filme immer noch wenigstens nix alles klar band ihn einfach ja haben wir schon Nutella PS hier haben nicht gebraucht ich habe nur blockiert für 300 Junge hör auf zu beleidigen Mod geht er hat den kleineren alles klar weh nur tschüss du Arsch alter alles klar hallo Mod geht er ich bin Stratzahn ich weiß Stratzahn ich war ja gestern auf PS3 online aber du warst jetzt glaube ich nicht auf PS3 oder du zockst glaube ich auch PS4 eins ne weißt du es gar nicht alter ja moin was hatten wir jetzt überhaupt für ein Fahrzeug PNT da bin ich gerade mal gucken ich krieg kaum mehr Oberkurs ich krieg kaum mehr Oberkurs ich weiß aber zockst du jetzt noch PS3 oder PS bist du auch auf PS4 das ist er 100 pro so wie der Pferd der schwarze Mann du bekommst eine Pornbox in deine Fresse und ne Gurke in deine Fresse und bring it into the way ich hab ihn so wie der fährt fuck it ich hab kein Fahrzeug ich muss ihn irgendwie in den Weg abschneiden Centorno ist das mittelklasse oder Centorno ist mittelklasse ja oh mein jetzt hab ich voll Pech Alter leck mich am Arsch hier ja nur weil ich halt nicht da bin gell modi fängt immer an mir ja scheiße aber auch aber der ist nicht so weit weg leute das ist doch schon mal gut er ist mitten in der Innenstadt das ist doch schon mal perfekt weil du so hast du ja kein Respekt von BossModGTA19 alles klar abgesteckt Pornbox ja ModGTA Inkompetenz ah alles klar wie natürlich du kriegst gleich auf den Bann Neon ist ne lange Geschichte weißt du was inkompetent bedeutet ich bestell damit ein Fahrrad als er alter komm Papa Schlumpf will dich du kleiner Wichser ja da ist ein Helikopter du kleiner Trottel alter die hätt ich jetzt nicht gedacht ne warum fährt der mich an alter ich geh extra zur Seite ne trotzdem mal ah endlich verdammte Scheiße ah endlich verdammte Scheiße hm ja Doom oh mein Gott ModGTA welcher hinter soll als erstes an mir aber egal ja Gangster Fick dich du Arschwur alles klar Gangster läuft bei dir die wissen es nicht weil das ist traurig der schwarze Mann Modi wie wäre es wenn nicht mehr GTA 5 oder das wäre so geil kann ich es dir Junge hör auf zu beleidigen ja Leute das sind immer diese Leute die einfach die keine Hobbys haben oder was du sieh ich zum Glück um in letzter Zeit die Nazi-Later ja 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 passt schon passt schon ich hab nämlich jetzt 8 Kisten die werde ich dann eventuell verkaufen hey hey sie haben den gefunden gut gemacht ja ne hätte ich jetzt nicht gedacht heute dass ich den finde dann können wir auch gleich das nächste Fahrzeug holen ich hoffe dass wir jetzt nochmal 2 Oberklassen Fahrzeug kriegen damit wir noch einmal verkaufen Gangster bitte hör auf immer H1 zu schreiben und es gilt nur Spamming Wadi jetzt kriegt ihr kaum Oberklassen gerade mehr ich auch also ich habe jetzt 2 Oberklassen eben gekriegt aber jetzt filmen wir noch 2 wow und jetzt hab ich gerade eine Mittelklasse ich fahre es fackt so ab gerade voll wie Poker alter das war echt gut Pass auf Rockstar Games hat es mitgekriegt dass wir komplett alle PSN Freunde von mir und wir alle Freunde sind und wir die ganze Zeit Geld machen und jetzt haben wir es mitgekriegt Gangster danke für deine Unterstützung mein Bruder ist so dumm schreib dir einen Trazahn auf der PS2 Trazahn alles gut passiert passiert Leute fucking 18 Zuschauer ja mal offiziell wie heißt es auf PSN Mod geht ja 19 ich schreibe es kurz ja ok hat schon eine der schwarze Mann hat es schon eingekriegen Zentorno sollte man wissen aber dann will ich auch ein bisschen mit deinem Charakter spielen doch ich hab den jetzt nicht gelöscht oder dauerhaft blockiert doch dauerhaft blockiert wie ist das bitte passiert entsperren sorry ich will nicht ich hab heute eigentlich nur ein Bildchen sauber machen dann nicht will ich was zu sind drauf aber das ist passiert sorry Gangster Gangster hat die Blöken von FrontTV aufgehoben ich hab aufgehoben ja so Leute ich will jetzt unbedingt noch zwei Oberklassenfahrzeuge her also der Stream hört erst auf wenn wir zwei Millionen geschafft haben also wisst du bescheid ne das Stream hört bei mir auf äh hört erst auf wenn wir oh wir haben schon zwei Uhr junge ja offiziell da ist er doch bitteschön das war nicht welches Fahrzeug jetzt genau aber passt schon zeig mir dein Buddy und gif mir dein Buddy und gif mir dein Buddy und gif mir dein Buddy der Buddy musste ich PC abmachen und dann kack bestimmt mein Internet ab weil mein scheiß WLAN roterjack kaputt ist ganz aus Versehen Mod geht ja plus T aaaalles klar wie nur T-Supreme show me you Buddy da kann ich so einstehen was denn aaaalles klar was wollt ihr wie nur T-Supreme keine Ahnung wie nur T-Supreme 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 ich krieg mir keine Oberklasse ich krieg mir keine Oberklassen ja moin trotzdem während da etwa jemand spielt amortieren was denn weh nur tweez mann ich hör dich ja was weiß ich wieso er kaputt ist weil er kaputt geliefert worden ist ja wahrscheinlich du hast hier raus gesetzt das fackt so ab ich krieg hier keine hoferknüffel äh front tv hat wenigstens für 300 sekunden gespäht schwarzen vorteil alles klar ja gala hat vier sterne und trotzdem hör doch auf zu beleidigen der party das bringt nichts das jedoch beleidigen wenn die meinen die wollen mich unterstützen wer hat beleidigt der gangster soll das beleidigungen sein oder wie alles klar wie habe ich dich jetzt umgebracht angiebe ich kann dir gerne noch mal 300 kunden geben wie du wies ich bin mal eh im afk leute ne kannst du mich grüßen ich heiße bitte ja liebe grüße gehen an dich raus ha 1 2 1 2 9 wie schlecht warte mal wie natürlich ich habe ein chat zum vorlesen man kann du kannst du einfach reden kannst du mich grüßen ich heiße wie nur fies ne will ich nicht pvp ist so scheiße geworden mit dem neuen update ja kann ich dir allgemein mein kreis spackt so oder so im moment ein bisschen rum richter bastian du bist cool dankeschön bastian und herzlich willkommen im stream einen wunderschönen guten tag ja liebe grüße gehen an allen raus die jetzt gerade im stream dabei sind was mach ich denn jetzt hier du hast nicht gesehen was ich gemacht habe ja die haben sie abgekackt jetzt haben sie recht ne lass das mal kurz drin weil ich bin gerade in der mission ich sehe nicht ob er freunds oder frei ich bin freunds oder feind schatzmann ich hole mir GTA 5 paulberger wie viel geld hast du also 1,5 million habe ich grüße gehen zurück ja leon grüße gehen zurück wie lange streamen überhaupt das ist doch nicht mal normal derzeit 20 zuschauer leute ihr seid mega heftig ihr seid einfach nur krank unnormal nee 18 likes ne 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 19 2 also über 20 ich habe gesagt der stream hört erst auf wenn wir nicht 2 millionen geschafft haben jetzt habe ich zeit gekriegt oberklasse perfekt perfekt alter im und gibt ja wenn du einen oberklasse bekommst ne krieg ich auch eine echt das so geil ja ich hab auch einen du bist cool dankeschön justin hammermüller grüße gehen zu irgendwas hast du alles schon ich habe so viel ich habe drei garagen voll mit fahrzeugen habe irgendwelche flugzeuge und alles also ich lebe gut in gta ja schade ja dass ich dabei sie hat so vieles rausschmeißen kann ich mal die menschen komisch weil ich die ganze zeit immer damit ich immer ja den kommentar sind hier sind zuschauer du musst ach 700 meter leute dass derzeit habe ich ja überhaupt nicht weit weg oder was ist denn das wieso sind die im moment zu haben mit gta ja das ist ja auch ein klassiker bekommen ja z1 ist ein klassiker auch oberklasse natürlich das ist so eine geile kiste alter und das ding basiert ja auch im alten mercedes ich weiß gar nicht belassen ja mott gta fengel alles klar galaxy alter jetzt habe ich den geilsten und sexisten namen aber ja wie gesagt sie kann nicht kommen ja ich weiß nicht haben wir erst das batman auto geholt er das also das finde ich sehr scheiße das fahrzeug also ich mag das fahrzeug nicht mott gta kann ich sie besten namen einer bester namen also ich hab den z-teil wird sich vorhin gerade weg denn noch ein fahrzeug leute ich kann wir können auch baut der noch ein fahrzeug aber nur noch nicht er weiß dass ich nicht verstehe er musste machen könnte er diese mission wo man wo man bei diesen wo man so ein schub bekommt also so wo man springen muss auf so einer plattform weg muss ich weiß dass ich verstehe dann kommst du hier auf altkriegstropschschaden alter ich habe 15.000 zu bekommen äh 500.000 perfekt auch nicht dieser helipop da nein ich hab war etwas über 1,5 johann in die solch mit einsteigen wollte warte ok wollen wir heute abend zusammen duschen gehen na gerne doch kann ich sagen gerne gerne ich antworte jetzt für mein gta girl in gta neunqueezy trotzhorn wohin geht ihr alle es waren 20 zuschauern nicht vergessen nicht umsonst anschauen kann ich sie mein er scheiß helikopter ne das ist doch mega nice gewesen jetzt haben wir derzeit 13 zuschauer Leute ich feiere euch so hart deswegen macht mir das einfach so viel Spaß zu streamen ich weiß gar nicht wie lange ich weiß jemand wie ich überhaupt schon streamen ich sehe nämlich keine Zeit du bist so ein zwölf uhr circa bist du GTA gegangen zwei stunden von deinem mehr als zwei stunden wir haben es doch schon längst 2 oder nicht ne wir haben schon längst 3 ne halb 3 3 ne 2 Uhr halb 3, ja moin Leute alter heftig eskalation pur ich muss gleich erstmal ein instagram bild machen das geht nicht anders und nun mal nein wo geht ihr mod geht da kann ich sehen Patrick Tho hier grüß mich oh ja ich überlebt Patrick Patrick herzlich willkommen zu mir wunderschönen guten Tag und liebe Grüße gehen an dich raus mod geht auf Engeln und ich feiere deinen Charakter so hart ja das ist auch harte Arbeit gewesen den zu erstellen ich habe mir sehr viel Zeit gelassen kann ich sie das weißt du auch der gott hey zwei stunden dankeschön der und herzlich willkommen zu ihm schön dass ihr alle eingestellt hat ja quasi du steams ja zwei stunden danke trotzdem 17 von 20 kommen wir schaffen die 20 zuschauer die hatten wir schon ja jetzt wollte ich da hinlaufen und fahrzeug verkaufen wir müssen jetzt noch ein oberklassenfahrzeug holen und dann verkaufen ja bei mir auch modikärer ich kann wenn du jetzt eine oberklasse bekommt dann krieg ich glaube ich auch eine oberklasse ja Leute wenn es euch hier im stream gefällt könnt ihr gerne ein like und ein abo da lassen es würde mich sehr sehr freuen wenn ihr mich unterstützen würde dann könnt ihr euch auch bieten warte warte mal warte mal warte mal jetzt könnt ihr abziehen jetzt findet ab komm geht ab frisuren zeigen der kopf dann fahr ich jetzt einfach gleich mal zum friseur und zeigt einfach mal so gesagt in gta alle frisuren das können wir gerne machen du hast du gerne möchtest kann ich sehe wenn du echt fortnacht hat kommt ihr nachher auch mit vorn und rein und dann machen wir das zusammen ein mod geht herkommens mal dahin jetzt einmal zum friseur fahren kann und einmal alle frisuren zeigen kann das mache ich gerne ich fahre ich jetzt einmal zum friseur was soll ich dich kurz hinbringen warte mit mit mich mit warte war der trainer kurz um ich bin in andere richtung nein ich drehe ich fahr doch schon rückwärts ist los ach dings und die match gut danke derg und like danke 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 derg die knxd hat fortneid ja kann ich sie das ist das hat war turbo gewesen einer von meinen beiden mod geht herkommens durch machen modi wenn du wieder stress und check hast sagt geschaut dann komm ich alles gut jetzt läuft es gerade richtig extrem genial aber ich suche gerade ein frisur auf der karte wir hätten hier links abbiegen ich liebe die kiste die ist einfach so genial gemacht ich habe den auch in kasten richtig kurz in ein lager ausbringen wo soll ich dich hier einfach nur zum modi zum modi habe ich gesagt so leute da stehen wir doch derg jetzt kann sich auch auf frisuren alle ich gehe einfach mal alle langsam durch damit du alle einmal siehst ich überwäsche schauke ich will meine frisur zwar nicht ändern aber das passt schon kein problem das ist das kleinste für mich mache ich mit links das ist ein nice derg dabei ich fahr gleich mit mal ganz um 39 drin hier ist glatze natürlich glatze was haben wir denn hier court das ist ja nicht so pricke finde ich auch nicht geil mal zöpfe die finde ich geil die hatte ich auch eine zeit lang schon mal ich habe die kasten und gehe da fänge ich komme gleich wieder ja die frisur finde ich mir gar nicht die auch ja mal ein bob da ist ja nicht so prägernd alles mal bei zehn frisuren sind wir jetzt ich mache mal ein bisschen schneller das ist ja die lange dort die gefällt mir egal die nehme ich jetzt erst mal oder mal gucken kannst du mich grüßen bitte der verrückte boy ja liebe grüße gerne an die rossen herzlich willkommen zu ihm crazy boy guck mal das sieht einfach nicht okay aus ja guck mal kurzer steht denn ich auch nicht das tut ihn nur weiter nach vorne wegen dem pack mal da ach dir das ist meine frisur die nehmen wir auch wieder da steht ja mein geld am besten das steht ja am besten das sieht besser aus ja guck mal hier das ist schön drei klassiker ne ist irgendwie so gut hier los das fehlt noch dass dein kasten da ist ich hab keinen aber der fähdeschwanz sieht mit mit der farbe sieht geil aus ja derg aber ich stehe immer auf diese frisur also ich finde die frisur passt zu meinen charakter am besten das ist ja die hier siehst du mich vor dir rumlaufen irgendwie ja er ist offiziell derg ich geh auch mal ein bisschen schneller durch du siehst das ja alles kennt jemand offiziell kennt ihr den offiziell also ähm hieft nennst du den automäßig ist das auch noch ich finde ich alles so klar ob das hier mal und der dahinten das ist nicht genau das ist ja auch ich stelle mir ein bisschen umgekehrt sie auf die vierte Partie Prozent er ist der Fall im Gegenteil wo die gekennst du den offiziell um so Prozent Prozent schädig und hier jr 73 70 das waren alle frisuren er bekommen entgekommen lassen warte mal ich finde ihn ja auch geil erben an die reichne womit hast du verlassen ich hab nur noch ich mach mal wieder wenn du eigentlich hier drin bleiben oder ja ich hab auch so eine neue Sitzung gesucht ich wollte eigentlich auf spieler aber sag ich meine standard laufrichtung dass ich immer nach oben drück anstatt nach oben ich geh noch mal durch wollen wir denn den Pferdeschwanz jetzt hier Pferdeschwanz ist da oder Pferdeschwanz ist bei dem Pferd an dem Schwanz machen wir dir erstmal halt meine wieder ne neue Frisur wenn das PS3 ist kann ich mitspielen das ist PS4 der verrückte Boy das ist leider PS4 aber du kannst mich sonst auch gerne hätten danke perfekt bitteschön derg ich mach erstmal den Pferdeschwanz erstmal rauf lassen wir jetzt erstmal so ich lauf jetzt erstmal das letzte Fazit wiederholen und dann gucken wir mal wieviel oder was wir überhaupt kriegen jetzt ne Mockitja wie findest du meinen Knight Rider was ist denn jetzt hier los ist hier Perfektes Torhantrag ach so erstmals ein Spin ey AMG den hab ich auch den hab ich auch den du findest ey Mockitja wie findest du meinen Knight Rider ja ich hab ihn auch in die Nadie tun ich finde 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 eigentlich ziemlich geil die Kiste ja ich hätte auch in die Nadie tun auch mit dem Kellen und so okay komm, fester zum Ziel und Gebäude bei der Dachkund ich will jetzt den letzten Fahrzeug holen wer soll man jetzt den dort und dann kannst du auch in der Prozent geht hier am Wochenende ja ich habe mich aber auch an der in der Sanktel auf der Sanktel ist zusammen da spiel ich auch zwischendurch noch mal er braucht mich auch gar nicht diese Kiste die dreht sich so mega schnell immer bin wieder drin aber alle leute nicht diesen offiziell kicken er sagt er kommt auf den stream der oberklasse holen was du eine kriegst ja ich krieg das geile ist wenn du eine oberklasse hast oder ich eine oberkasse habe dann hat ich dann haben wir eigentlich beide also bis jetzt war es so können sich ändern aber es hat mir helfen hier rein ach so naja dachte du hast gesagt hier helft euch oder so alles klar die ursprüngung verkaufen dahin hätten uns ja alle gehen da muss ich dich einmal schickt ausnahme oh mein gott du bist eine ausnahme aus das gerade ja ja wir helfen uns gleich gegenseitig mega heftig gerade alle leute bringt mir alle glück dass die oberklasse kriegt haben nämlich genau vier stück wenn du von mir glück willst dann kriegst du das alles klar der köpfe voll nett von dir wie geht es euch denn und grüße an die anderen die auch zocken im stream gerade ja der uns geht es allen glaube ich soweit ich weiß wunderbar die alle jetzt auch die überwiegend die jetzt hier auf den server gerade sind wo wir spielen die sind alle meistens oder überwiegend bei mir in der party gerade zeig mal alle deine outfits aus der offizie ja mach ich gleich ja ja oberklasse mann ja siehst du wenn du oberklasse hast dann krieg ich eine oberklasse pass auf hast du auch eine zu wem gehört der murat oberklasse 300 ey wie geil mod gda wie geil zu wem gehört dieser murat 300 weiß ich auch nicht äh wie zu wem meinst du also wen meinst du du willst einmal klar was mein meine ganzen outfit sehen ja kannst du gerne sehen das ist mein erstes outfit nice ja den haben wir jetzt gerade alter hat diesen murat den haben wir das ist das zweite da siehst du das nochmal warte mal stehen wir uns mal kurz hier und so zweite bikini ist einfach nur ein bikini das kennt ja jeder von euch eigentlich und geht her schickst du mir jetzt eine freundschaft her der verrückte boy das mach ich alles nach dem stream dann hier sind bibi und jene da gehen ohne herren und ohne ab der verrückte boy macht eher nachher im spiel grad bsw genau kann ich sehen dann haben wir nice das ist einfach so ah wirklich so so ein anzug nice nein nicht diese scheiße das ist ein ordentliches anzug ein ordentliches anzug modi komm raus aus der oberklasse ja warte mal einer will meine outfit sehen deswegen ne will er nicht er will sehen wie du gelten hast er will sehen wie du gelten hast das ist das was ich ne was hatte ich gerade bundeswehr das ist ja ähm geglitscht aufhört ähm ja moin hier haben wir schlafen zu offiziell falls du noch im stream gerade mit dabei bist ähm du kannst party kommen falls du mordgitter geertet hast immer was geht ja weiß was gerade passiert ist warte mal hier sind wir ähm guckenglas alter herzlich willkommen zu na du uli nutz alles klar gucki jetzt kannst du sagen am g oder wer auch noch was von mir wollte jetzt gar nicht ne ich war's am hier weiss was passiert ist so ein kack ne ich war eigentlich hat diese scheiß rennen ne und dann und dann hier wie gedacht ich wusste nicht dass man nicht hin das mit einem helikopter machen kann ne und die scheiße ist jetzt fehlgeschlagen alter hoffentlich krieg ich nur noch mal ne ich drehe mich sogar nein ich hab ne oberklasse und mach erstmal nur scheiße der verrückte boi der verrückte boi ok vergessen nicht ich heiße im ja ich hab's extra gescreenshotet das bikini dann bin ich im auf samos alles klar kalix dir rat mich doch nicht mann ich bin gar noch bescheid alter aber jetzt geht's erst richtig los ja gucki patrick na wann fahren wir patrick lassen wir erstmal zu ende stream ich schreib euch gleich auf whatsapp mal alter schwede ja moin alter ja moin alter ja oh alter aber perfekt gelandet alter ja moin mich noch gedreht der hinter dir kann ich kann nicht fahren macht der hinter mir das war ein team ist schon klar vor allem hinter dir ist es wirklich nicht er hat doch gerade ein unfall gemacht mit mich ja ich war das nicht egal sechs kilometer noch ein jahr muss du ach so ich weiß wo du hin muss begib dich zum lago sowieso er leute ich antworte gleich ich habe gerade die auf masse noch fahrzeugmission dann gehst du auch mal die zwei millionen wie ist sie dann auch das heißt einmal verkaufen noch dann hast du es noch einmal noch mittelklasse ja dann kann er einmal mittelklasse noch verkaufen nicht 80.000 ihrer richtig ach da unten ist es leute ja mein jetzt weiß ich auch wo das ist auch wo man jetzt fliechen und geht ja ich wechsle immer die bürger nein nein weil ich wechsle einmal die bürger bürger rein da kann er wieder machen das ist so ein kleiner klitsch da kann er wieder verkaufen zum beispiel wenn du jetzt so wie wechsle noch mit reinkommen dann kannst du halt verkaufen weil er einfach wieder scheiss mittelklasse bekommen hat gerade eine oberklasse am am haken warte mal leute einen moment ich lese einmal kurz schnell mit der koggi und das wollen ist das oder schon richtig so ok der firma ja ein saftige morgen jetzt für dich und wie nett von dir ich glaube für besser stream haben habe ich jetzt den kräter schuh um das gekaufte sie so krank aus okay ja alles bis heute abend auch wieder an ja ganz ruhig kann ich es dir wie eklig bist du leute was mit dir los mann ich hab sie für dich unterlegt muss nur noch einsteigen das war knapp perfekt und rüber da der jammer wie weit fliegen wir noch leute schreibt mal einmal nicht so viel jetzt hier was hast du für ein auto jetzt wieder dieser helikopter das ist jetzt nicht weiter den hol ich mir jetzt mal raus warte ich bleibe einmal hier in die lobby und dann wenn ich jetzt immer noch mit der presse kommt dann wette ich nach euch weil tschüss helikopter ja leute könnt ihr einmal kurz sieben kilometer aushalten ich kann ich ja gerade nicht weiter verfolgen weil ich unbedingt diese sachen weiter hier weg bringen muss sonst krieg ich so viel schaden alter was war das denn jetzt hier so scheiße nicht schon wieder ein helikopter t ich raste ihn gleich aus weil ich sehe helikopter ja bleib mal stehen oder so geh mal kurz raus und wenn ich auch nicht nicht stehen bleiben der trifft einfach jeden schuss bleib stehen steig aus hol ihn dir und dann fluss ich bei dir so boah dieser helikopter leute ich raste aus bei diesen scheiß helikopters immer so tschüss jetzt alter ja ich bin tot ich hab mich jetzt ein Bulle alter lecker ich bin nur hergefahren du kannst dir dann ps4 spielen ja darf weg wollen du kannst du in den fahrzeug einsteigen in der ceres eigentlich ja ich kann dir in die nähe fahren muss halt dann selbst zurückkommen ich kann in die nähe fahren mehr kann ich nicht dann fahr ich steig in die nähe ohne zu viel schaden machen zu wollen ich bin hinter dir das ist ja schon klar ja doch war dennoch jetzt ja ich weiß du sollst zu mir bringen ich bringe ihn jetzt zu deinem lagerhaus in die nähe dann kommst du jetzt einfach da hin ja wie denn ohne fahrzeuger du bist so schlau mein ding steht da mein ding steht da komm hier so viel weiter ich weiß wo dein lagerhaus ist springt du mal her herzlich kommst du ihn erst in zwei minuten können das gibst ne dieser scheiß helikopter ne die gehen mir so auf den sack die dinge alter ist da nicht mal normal dann kriegen wir die noch eingeholt ne kriegt hier ne aber warum tram der hat mich gesehen der fährt hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ja ja der macht nix solange er in stream verfolgt weiß ich ja dass ich den nur hin bringe dass er helfe auf ja ja Es sind nur noch Autos und wie ich jetzt f*** so ab in GTA, ich... oh man ey. So, komm Auto, gib Gas, ich will doch nur zum Lagerhaus jetzt. Ich bin die Bollen los. Einen Moment Leute, wieder im Stream, ich antworte gleich wieder. Ich muss noch einmal ganz schnell zum Lagerhaus, mein Auto fährt dahinten. Wo ich entführt habe, das war doch ok. Wie viel Schaden hast du, siehst du das noch? 4700. Ja, das ist ja nicht zu viel. Entschuldigung, es sind keine 10.000 im Faszien. Ja, das f*** so ab allein, dass die Bots halt im Helikopter einfach jeden Schuss treffen. Egal wie der Typ da drin fliegt, ob er so hin und her schaukelt, dass du eigentlich gar nicht treffen kannst, Alter. Treffen trotzdem, das ist so unrealistisch gemacht von Lagerhaus. Also du bist auch schon da, oder? Ja. Mod geht her? Mod geht her? Ja. Verkaufst du jetzt? Ja, ich will jetzt verkaufen. Kein Problem. Ja, ok. Laten von den CO ein und Lagerhaus. Aber erstmal will ich rein und zu ihm antworten. Ich schmuck da, alles klar. Abo ist da. MR Moza Kugel, herzlich willkommen zu dem Film. Wie heißt er auf PS4? Mod geht her auf 19. Wie heißt er auf PS4? Mod geht her auf 19. Wie heißt er auf PS4? Mod geht her auf 19. Schwingt her. Wusste gar nicht, dass welche gibt, die Fahrzeuge müssen hier ummachen. Da sind so viele. Anominal Spritzer, hallo. Alles klar, Niki. Tschülma. Ich glaub's nicht, Leute. Ich werd wieder bekloppt. Seid ihr Modder? Na. Ne, Moddi. Sind ganz. Screen Fun. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Stream. Hi Screenie. Seid ihr am PC? Nein, PS4. Hey Screenie. Ich bin K... Kannst du... Kartrick, ich nehm mich gleich an. Nein, im PlayStation 4. Screen Fun. Hey du Leute. Herzlich willkommen Stream. Ah, Screen Fun. Hi. Mega nice, Leute. Ich werd hier Eskalation pur, oder? Ohne mal. Ich seh kaum noch was. Okay. Warte mal, Leute. Einen Moment. Ich muss mal kurz ne FA annimm. Ähm. Freunde. Die Fahrfahrzeuger, Patrick. Mach mal ins Zimmer. Akzeptieren. Äh. Komm. Komm. Akzeptier einfach. So. Perfekt. Geht ihr auch wieder starten? Ähm. Wer wollt denn jetzt alles mitmachen? Bei mir Fahrzeuge einmal verkaufen, bitte? Ich. Ja, ich. Lad mich mal ein. Tief. 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 Lad mich mal ein. Screen Fun. Jetzt geht's los hier. Ähm. Ja, warte mal. Ich seh gerade oben nichts. Man geht ja lad mich mal da ein. Ihr müsst es bekommen haben. Habt ihr? Nee. Ja, hast du mich schon eingeladen? Ich drück die ganze Zeit. Spieler, Freunde. Ihr müsst. Jetzt. Oh, wie oft noch. Geh mal auf. Ja, auch bei mir. Warte, ich geh mal. Ihr würd schraten eventuell erstmal aus deinem CO raus. Was geht denn? Screen Fun. Ich hab dich im Auge. Wenn du Mist baust, dann bist du drin. Gorki, Alter. Wie fies bist du jetzt zu Screen Fun. Darf man mit 12 in die Partik? Ja, Patrick. Ja, Patrick. Ist Omicron drin oder wie? Ich bin eigentlich normalerweise überwiegend Minecraft. Aber im Moment spackt der Minecraft eigentlich extrem rum. Deswegen mach ich eigentlich, ja, kein Minecraft gerade. Ich lad die ganze Zeit ein. Ich kann nicht mehr als einladen. Jetzt bin ich drin. Kannst mich einladen? Ja, jetzt komm ich ab. Lagerhaus. Bitteschön. Eng an der Spawn schon bei mir drin. Bin schon drin. Achso, Tee. Ach Gott, doch. Ich bin der Gönner, nicht der Gönner. Darf man mit uns hören? Ja, Patrick. Ist das der richtige Screen Fun? Ja, ist er, Tee. Wer weiß. Tee, er sagt immer, Tee, das hat er schon mal gesagt, dass er im Stream dabei ist. Mal los, nie reinschreiben. Ich weiß. Ja, darfst du. Mir ist das egal, wer wen fährt. Ich drück jetzt irgendwas. Ich weiß ja nicht, wie ihr beigetreten seid jetzt. Okay. Dann machen wir das als drittes. Ist mir egal. Dann kriegst du das als drittes. Perfekt. Mir ist egal. Hallo? Leute, einen Moment. Bevor wir verkaufen, lass mich mal auf. Bist du der Patrick? Ja. Ich nochmal auf für kleine Weiber. Hast du dich im Stream gemutet, damit man dich im Stream nicht hört? Ja, ich habe ausgemacht den Stream. Ich meine in Partyeinstellungen, dass deine Stimme nicht geteilt wird. Dass man dich halt im Stream nicht hört. Also Partyeinstellungen zulassen, dass deine Stimme geteilt wird auf nicht zulassen. Ich bin auf dem Tisch. Ja. 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 Ja, wir haben alle einen. Ja. Ja. Warte mal. Der Patrick ist in der Party drin. Ja. Hallo Patrick. Der Patrick. Ich glaube, Squeenie hat Angst vor mir. Nee, nee. Ich weiß nicht. Ich kann sagen, dass er kurz wieder weg ist. Dass er einfach nur Hallo schreiben wollte, kann ja auch sein. Hey Leute hat er geschrieben. Was hat er da vorgeschrieben? Mancuo Kulo. Hi. Na du such die. Hey, willkommen im Steam. Leonardo. Hallo, herzlich willkommen. Ähm. Ja. Wer will was wir jetzt machen? Machst du mal hinne? Mir ist egal. Immer einfach irgendwas. Okay. Dann nehme ich diesen... Wie heißt denn den? T ist glaube ich als zweites beigetreten, der kriegt den. Ja. Du bist ein Affe. Als drittes den... Äh. Sowieso. T was hast du noch geraubt, Alter? Hast irgendwas genommen? Nee. Ich hab mir nur Schmesskette genommen. Du hast kein BH unten drunter an. Das geht gar nicht. Schenk mir mal Geld. Das wird... Ja, das würde ich machen, aber geht ja leider nicht, ne? Nee, bin wieder da. Ja, was ist los, Gorgi? Das gibt mir jeden Fallen. Gorgi wollte dich bannen, du. Ich wollte dich hier rausschmeißen aus dem Stream. Es kommt irgendwas von Gorgi. Pass auf, Alter. Mein Alter sage ich nicht. T macht wieder auf Schönheit hier. Ja. Achso, Level. Äh, 152. 173. Ey Leute, voll das Pussycar hab ich jetzt hier. Was ist denn los hier? Aber irgendwie sieht das schon geil aus. Ich mach ein Gurkenauto. Irgendwie sieht das schon geil aus, muss ich sagen. Alles supi, oder? Weil ich positiv bin. Hat noch wer ein UA für den PS4? Nein, weil ich positiv bin. Keiner hat glaube ich keine mehr. Programmer zu. Bin wieder da. Nice. Herzlich willkommen zurück. Haha, nein. Ich hab nur gesagt, ich hab... Ihn im Auge. Alles gut, Gorgi. Du weißt doch, dass ich dich gerne ärgere. Mich bann. Dann gib mir nicht Gurke zum Essen. Mh, das kannst du ja nicht. Werai, und T, warte mal. Nein. Ey, was glaub ich jetzt? Da. Ey, T, du weißt doch, dass ich gesagt hier, ähm, dass Gorgi irgendwas im, ähm, im Chat geschrieben hat. Dann hat Screenfang gefragt, was Gorgi wollte. Und jetzt schreibt, ähm, Screenfang einfach, mich bann, dann gib mir ne Gurke zum Essen mit. Mh, ich bin vor dir, schau dir mein Gurkenmobil an, Alter. Ich weiß nicht, ich fahr, guck, guck mal mein Pussy weiter an, hier. Vorsicht. Hältig, Alter. Also Gorgi, du musst ähm, Gurken wieder ausliefern, Screenverbrauch welche. Wollte... Ja, überleg mal, nur da jetzt was, weiß ich, wenn die sagen würden, dass Rockstar Games jetzt da eine Million, dass du eine Million bekommt, sonst, dann würde ich mich zufriedenstellen, Alter. Ja? Eine Million haben oder nicht haben, ne? Das ist hier die Frage. Hm? Na, was machst denn du doch? Das ja, aber so viel nun auch wieder nicht. Du hast schon mal keine 400.000, ja, gell, Mordi? Ja, ich weiß, AMG-Way hat, glaub ich, ein Unfall gewonnen. Ja, weil er mir links in die Side rein gefahren ist. Achso. Und er weiß nicht, wie Formel 1 Leute fahren anschafft. Ach, dieser scheiß LKW, Alter, jamon. Ich mit dem schnellsten Auto von uns allen. Ihr alle mit so richtigem Sportwagen. Das war klar, Alter. Leute, ich antworte gleich wieder im Stream. Einen Moment, ich will einmal kurz die Fahrzeuge ausliefern. Bevor ich noch einen Unfall über hier baue. Ich rede davon, Alter. Ich rede vom Unfall und was passiert mir, Alter? Ja, moin. Alter Schwede. Mordi ist das Schlechteste. Ja, ich hab leider wie viel? 1400, Alter. 1400, Alter. Toll. Guck mal, guck mal, ich bin, wie wen, ich hab auch gar keinen Schaden, oder so? Ja, das hatte ich bei den anderen Mal ja auch. Da hatte ich keinen Schaden. Aber jetzt hab ich natürlich einen Unfall gebaut. Jawohl. Wiii! Da kam der Gurke angefahren. Juhu! Hä? Hä, wieso hockt ihr da, Alter? Ich fahr neben der Leitplanke immer noch, Alter. Chillt man. Ich bin rüber gesprungen. Ich nicht. Ich bin gegengeflogen. Weil du scheiße bist. Ich hab nicht genug Schaden gehabt. Oh nein. Scheiße. Alter Schwede. Ja, ich hab immer noch vor euch. Alleine hinten fällt. Odi hat fast 2 Millionen. Ich hab jetzt knappe 500.000. Und ich hab 2,3. Wem gehört dieser Lulu K30? Weiß ich nicht. Was? Weiß ich nicht. Und wenn schon wen juckt. Und da ist der nächste Unfall. Was ist denn das für eine scheiß Straße hier, Mann? Komm ich hab noch Badpant schon. Also. Doch, jetzt mod geht ja, Ramin. Nee, ich hab grad ein anderes Problem. Ich will endlich abliefern, weil ich den Chat irgendwie wieder achten will. Ja. Ja. Vorliefer. Ich fahr mal Legos durch dich. Ja. Wenn ich dich banne, warum ist dir das so wichtig? Wenn die ist alles klar. Komm. Bananen. Von Bananen. Banen von Bananen. Ich glaube ja. Ich guck. Mal. Im. Gurke. Ich hab extra für dich dann auch Gurkenmobil gemacht. Ich steh bestimmt drin. Sei froh. Soll ich auch ein Fahrzeuglieferung. Brauche ich nichts. Mach mal auf. Mach mal auf. Dann hast du bei dir rein. Dann hast du zwei. Ich hab mein eigener. Ich brauch's zumindest nicht. Alles gut. Alles gut. Ich hab jetzt 1200.000. Ich hab jetzt 110 Millionen. Ey. Ey. Rast hier nicht aus hier. Ganz ruhig hier. Das ist kein UA. Nice. Das ist dann herrlich. Leon Quasi. Hallöchen. Hallöchen. Gorgias. Ich hab nur 400.000. Wer steht nicht da? Gorgias verkaufen. Aufhören. Ja. Wow. Dich hast das Augen genietet. Was habt ihr denn jetzt da gemacht? Wie geil, Alter. Ich bin fast von da 53. Ja. Ey, jetzt hab mal auf mich zu überfahren, ich war gerade am Handy, Alter. Chat mal. Mordi steig ein. Ne, warte mal. Ich war gerade am Handy. Oh, Kram. also ja so stark ich wollte ich wollte dich nicht haben wenn ich wollte ihn geworben also bei ihm steckst du gerade im auto wort ihn noch ein kleiner schubser dann bist du unten ja so leute 1,8 millionen haben wir jetzt aber wir haben schon drei oder wir machen schon über drei stunden ich komme einmal zu nahe ich hoffe mal lieber ab weil er der pulle fährt hinterher der einfach hat mit mir darunter geflogen ist all der ein auto ist der wieso schmeißt du mich jetzt hier alle runter was ist los mit euch ja das schießt du mich auch mod geht her was kommt jetzt bei mir ja aber doch weil du geärgert hast auch vorher würde ich den stream gerne noch mal beenden weil wir jetzt schon lange genug haben und ich jetzt noch so mit den leuten auch im nicht schmieden tschüss und dann kommen geh rein ne der karl ist in der party der fenestin alle zu meinem auto aus ja und crazy freut mich nur chaos ja gorgi nur chaos 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 so leute wir haben auch jetzt fast drei stunden geschafft ich würde mal sagen ich beende den stream und wir sehen uns heute abend noch mal im stream heute abend kommt dann noch mal was ich ein kleiner stream so eine stunde ungefähr ja leute ich sag dann euch schon mal einen schönen restlichen tag und bis heute abend im live stream euer mod gda19 t auf dem herzen fahren so leute tschüssi koski bis zum nächsten mal euer mod gda19 warte mal screenfahren ja war ja auch ein langer stream ja screenfahren fast drei stunden jetzt also das reicht muss ich sagen so leute euch einen schönen restlichen tag und wir sehen uns heute abend noch mal im stream äh im stream ich wollte screenfahren sagen im stream man ja moin so leute bis denn euer mod gda19 so leute bis zum nächsten mal im stream so leute bis zum nächsten mal im stream